Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag so 10, 12 Stunden vorm Bildschirm hocken will. Wenn man nicht Erster ist oder wenn man nicht oben mitfährt, dann ist mal echt gefühlt niemand. Eine Mental Coaching Session hier mit Nils. Moinsen YouTube, willkommen zu einer neuen Folge vom DizzyCast mit einem fantastischen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue, denn es ist der sagenumwogene Marcel Kiefer. Und der ein oder andere... Joa, was geht? Ich wollte gerade sagen, der ein oder andere wird wahrscheinlich Marcel gar nicht kennen. Marcel, vielleicht machst du ganz kurz mal einen Abriss, wer du bist, wo du herkommst und was du hier überhaupt machst. Ui, okay. Kann auch lang sein übrigens. Ich bemühe mich mal, so. Erstmal Dankeschön Nils für die Einladung. Ich weiß es echt zu schätzen. Und auch an die Community, dass ihr heute mal meine Stimme euch anhört. Also ich bin der Marcel. Ich bin oder ich war E-Sports-Fahrer in der Formel 1 E-Sports-Serie und bin immer noch im Simracing aktiv mit dem Traum, echter Rennfahrer zu werden. Und das war schon immer mein Beweggrund, wieso ich mit dem Simracing auch angefangen habe. Weil ich da einfach diese Chance gesehen habe, wie zum Beispiel bei diesem Film Gran Turismo. Wo man einfach sieht, okay, Simracer und Gamer sind doch ein bisschen mehr als nur Simracer und Gamer. Da steigt echt ein bisschen was dahinter, wenn man es auf einem Profi-Niveau macht. Und wenn man sich da mit den Besten der Welt messen kann, dann kann man wahrscheinlich auch was im echten Auto. Und deswegen, das hat mich extrem motiviert. Damals, als ich gesehen habe, es gab außen nichts, als ich mein Abi-Jahr gemacht habe in 2017. Dann kam die Formel 1 und hat angekündigt, dass sie jetzt auch im E-Sports einsteigen. Und da meine Familie eher aus normalen Verhältnissen gekommen ist und sowas wie Kartsport absolut unrealistisch war von den Preisen. Die sind ja heute nochmal höher. Da habe ich gedacht, okay, das ist meine letzte Chance, irgendwie zu beweisen, dass ich Rennfahrer sein könnte mit dem Namen der Formel 1. Und ich weiß, die Formel 1 Games sind eher agate, so wie viele das gerne nennen wollen. Aber auf dem Profi-Niveau, das sind die meisten Profis auch gut in Sim-Racing-Titeln wie iRacing und so weiter und so fort. Aber gut, ich denke, das Ganze werden wir noch abklappern. Also ja, kurz gefasst, ich bin Marcel Kiefer, mal E-Sports-Fahrer. Immer noch aktiv im Sim-Racing und jetzt auf dem Weg in den echten Rennsport, wenn alles klappt. Also ich hatte das nicht vor, abzuklappern. Aber du, wenn du daran interessiert hast, das abzuklappern, können wir das gerne machen. Aber ja, wir haben ja Zeit, oder? Naja, du, wir haben keine Eile, du. Ich bin ein Rekordhunter. Ach, tatsächlich, ja? Also möchtest du heute Nils Naujux einfach überbieten, ja? Den alten Boss, ja. Okay, okay. Das ist im Vorgespräch auch schon rausgekommen, dass Nils ja mal dein Boss war. Aber ich glaube, wir holen zu schnell aus. Wie bist du denn da reingeschlittert in den Formel 1 E-Sports? Also tatsächlich, 2017 war das alles noch ein bisschen simpler, würde ich sagen, als heutzutage. Weil, wenn man sich jetzt qualifizieren wollen würde, da gab es auch mal so ein Pro-Draft und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, normalerweise wird man einfach unter Vertrag genommen heutzutage von einem Profi-Team. Und dafür muss man sich halt einen Namen machen in League Racing. Das ist ähnlich wie zum Beispiel in ACC, so LFM und sowas. Wenn man da oben mitmischt, dann schickt man eben die Augen auch von den Profi-Teams. Die schauen da schon drauf, so Ferrari, Red Bull, Mercedes. Und meistens sind da ja auch noch E-Sports-Teams im Hintergrund, wie G2, Vitality, Veloce, E-Sports, all diese ganzen Namen. Und die managen meistens die tatsächlichen Formel-1-Teams und sowas. Und deswegen haben die dann da auch so Talent-Scouts, die eben gucken, ja, was machen die im League Racing und so weiter und so fort. Und damals, da gab es tatsächlich noch ein In-Game-Event in F1 2017, was direkt zu Release vom neuen Game kam. Und da musste man gegen die KI fahren und da gab es auch manche Exploits. Beim ersten Event habe ich so gesagt, Alter, wie machen die das? Das ist ja brutal, weil ich war halt da auch noch sehr unerfahren. Ich habe mir wirklich erst zu dem neuen F1-Spiel dann Lenkrad geholt. Das war, glaube ich, ich glaube, kam das raus? Das kam am 25.08.2017 raus, das F1-2017-Spiel. Und am 24.08. zu meinem Geburtstag habe ich mir dann einen Thrustmaster, ich glaube, ist das T300, ich weiß nicht, oder Ladder Edition für die Xbox. Das ist so ungefähr das T300 nur für die Xbox-Variante. Ja. Ich war damals auch auf der Xbox One. Und dann hatte ich vier Wochen Zeit, oder ich glaube, es waren insgesamt fünf Wochen, weil es gab zwei Qualifiers. Nach vier Wochen gab es den ersten, dieses In-Game-Event, und nach fünf Wochen das zweite, um mich irgendwie zu qualifizieren, ohne irgendwie Sim-Racing-Erfahrung. Und beim zweiten Event habe ich es dann echt in die Top 3 gepackt, da war ich, glaube ich, Zweiter. Und man musste wirklich Dritter auf egal welcher Plattform sein. PC, Xbox, Playstation. Und beim ersten war ich irgendwie Sipta oder so. Und beim zweiten dann, aber beim ersten, da gab es auch sowas, Monster, die zweite Schikane. Da kommt man irgendwie einfach geradeaus fahren, wirklich komplett geradeaus. Und das wussten die damals noch nicht. Also da haben sich auch ein paar durchgemogelt. Aber gut, das hat sich dann später rausgestellt. Das zweite war in Japan. Da kommt man jetzt nicht wirklich geradeaus irgendwo fahren, außer vielleicht letzte Kurve. Aber das ging nicht. Und ja, dann musste ich nach London. Da hatte ich aber auch erstmal richtig Schiss davor. So, weißt du, man kommt aus der Schule, man hat immer nur Deutsch gesprochen, gut in der Schule Englisch. Und dann, außerdem habe ich gesagt, ja, Glückwunsch, du darfst jetzt unter die besten 40 der Welt nach London kommen. Da habe ich erstmal, oh, mache ich das jetzt wirklich, mache ich das jetzt wirklich. So, diese typische Angst gehabt, so irgendwas Neues, Aufregendes. Ich habe auch aus der Komfortzone. Und da habe ich gesagt, ey, du willst Rennfahrer werden, du willst noch irgendwie in die Formel 1. Dann gib dir jetzt einfach einen Tritt und mache hin. Und dann bin ich das erste Mal geflogen, das erste Mal wirklich ins Ausland gegangen. Alleine dann natürlich auch. Und auf dem Rückflug habe ich dann noch den Rückflug verpasst. Das war auch toll. Aber gut. Weil du ein Schussikop bist? Ich war tatsächlich am Airport. Aber ich war irgendwie zu blöd zum Lesen. Da stand irgendwie 7.35 Uhr. Habe ich gedacht, dass man da dann ans Gate muss. Aber das war dann Gate Closest. Ah. Um 7.35 Uhr. Und ich war schon, glaube ich, um 5.30 Uhr oder sowas am Flughafen. Dann saß ich da mit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu spät gekommen bin. Es war wirklich, dass ich einfach, ich saß da und habe gesagt, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Und ich war da zum Glück nicht alleine. Und ich hatte damals noch keine Kreditkarte und nichts. Und wir, ach Gott, ich war da mit Patrick Holzmann. Ich habe da auch echt am Flughafen geheult. Wir waren beide voll am Arsch. Also was ist passiert? Wir sind da irgendwie so 18, 19 gewesen. Beide komplett unerfahren. Und wir hocken da irgendwo fest. Und wir haben gesagt, scheiße, das darf nicht wahr sein. Und dann standen wir da irgendwann am Counter bei der Info. Und außen nichts war da so ein legendärer Mann hinter uns. Er hieß John Ford. Der kam aus Südafrika. Der war nur zu Besuch da. Und der hat so gesagt, ey, ich habe mitbekommen, dass ihr irgendwie euren Flug verpasst habt. Seid ihr hier gestrandet? Haben wir gesagt, ja, irgendwie schon. Wir haben halt auch keinen Cash, um uns ein Ticket zu holen. Und dann hat er einfach gesagt, ey, ich würde nicht wollen, dass meine Kinder irgendwie auf einer anderen Insel gestrandet sind. Komm, ich zahle euch die Tickets. Hat er uns einfach Flugtickets gezahlt? Einen verrückteren Tag, glaube ich, hatte ich seitdem nicht mehr. Das war wirklich schon abgespaced. Das Glück auch noch haben, dass genau dann in der Sekunde so ein Ehrenmann hinter dir steht, der einfach sagt, ja, komm, ey, wenn meine Kinder das werden, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich zahle euch die Tickets einfach. John Ford. Hast du mit John Ford nochmal gesprochen? Ja, ja, ich habe seine Nummer. Ah, okay. Hast du ihm das Geld wieder zurückgeschickt? Ja, tatsächlich. Oder habe ich? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich glaube, der wollte es gar nicht. Wir haben ihm gesagt, ey, komm, wir schicken dir das Geld zurück. Er so, nein, 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 nein. Ja, aber ich bin noch ewig lang mit ihm in Kontakt gewesen. Jetzt, ich glaube, die letzten Jahre nicht mehr, aber ich glaube, bis 2022 oder so. Und seine Nummer habe ich aber immer noch. Ich muss mich mal nach dem Podcast wieder bei ihm melden. Das habe ich ganz vergessen, ey. Ja, aber cool eigentlich. Ja, ja. Aus mir ist jetzt was geworden. Ich komme jetzt pünktlich zu den Flügen. Ansonsten wäre ich in England gestrandet gewesen für immer. Naja, gut, aber du hättest ja wahrscheinlich auch die Organisation anrufen können. Ja, aber da in dem Moment waren wir so lost und planlos. Da musste man bis 15 Uhr warten. Also wirklich, ich war noch nie so durch. Das war echt so richtig Panne. Aber gut. Und nachdem warst du dann drin? Im E-Sports? Ja. Ja, also gut, Halbfinale. Ich habe mich nicht fürs Finale qualifiziert gehabt. Ich war Platz 21 und man hätte in der Top 20 sein müssen. Aber gut, ich bin auch nach London gegangen mit null Erfahrung gegen andere Spieler. Also ich bin da zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, wo ich gegen andere Spieler gespielt habe, war beim LAN-Turnier von der Formel 1. Und dann im ersten Rennen hatte ich dann auch einen Unfall. Und im zweiten Rennen bin ich dann vom letzten Platz auf P3 in der ersten Runde gefahren. Also ich habe einfach gedacht, stell dir einfach vor, das sind KI-Spieler. Stell dir einfach vor, das sind KI-Spieler. Und dann sind die echt so, haben nur Mist gebaut. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Frontflügelschaden, aber ich habe mich irgendwie da so durchgequetscht und dann war ich Dritter. Und das habe ich auch gehalten bis zum Schluss. Und ja, hätte vielleicht Zweiter sein müssen, aber gut. Das war trotzdem gute Erfahrung. Und dann hatte ich dann auch für 2018, da kamen dann die Profi-Teams mit dazu, also die Formel-1-Teams, alle außer Ferrari. Ich glaube, Ferrari kam erst 2019 mit dazu. Und dann hatte ich meinen ersten Profi-Vertrag bei, damals noch Force India, was ja heute Aston Martin ist. Ja. Von dort ab zwei Jahre Force India, war eben an Racing Point. Ich habe noch gedacht, ja, was passiert denn jetzt? Weil das Team war außen nichts komplett broke. Die hatten kein Geld mehr. Da war ja dieses ganze Ding, ich glaube, 2019 mit Jaco Perez, der irgendwie das Team ein bisschen gerettet hat. Dann kam Laurence Stroll, hat das aufgekauft. Dann war es irgendwie Sport-Pesa-Racing-Point. Irgendwann war es wieder irgendwas anderes. Und mittlerweile ja Aston Martin, aber ich bin noch zu Racing-Point-Zeiten, habe ich die verlassen. Ende 2019 dann. Und 2020 war ich dann bei Toro Rosso anfangs. Ich hatte dann einmal die Möglichkeit mit Red Bull, weil mein Teamkollege, der Frederik Rasmussen, der hatte mal einen anstößigen Namen während eines offiziellen Rennens. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf oder nicht. Ich weiß nicht. Darf man das? Also er hieß Thomas Turbo Pussy. Das darf man sagen, ja. Ja, und das war halt beim offiziellen Sky-Broadcast, weil das war noch so zu Covid-Zeiten und so. Und er hat seinen Namen geändert, aber im F1-Spiel, da ist so ein Bug, wenn du in Steam deinen Namen änderst und dann wieder ins Spiel reingehst, dass manchmal während dem Rennen wechselt der Name zwischen deinem jetzigen Namen und dem Namen, den du vorher hattest. Ja. Und dann war da immer Frederik Rasmussen und ab und zu Thomas Turbo Pussy. Und das hat Sky eben gar nicht gepasst. Und auch nicht Red Bull und der Formel 1. Und dann hat er einen Rennmann bekommen. Und da bin ich dann eingesprungen für ihn bei Red Bull und habe dann direkt mein erstes Rennen gewonnen. Dann hat auch Red Bull gesagt, ja, okay, komm. Ich spring ins, du bist jetzt fest, Red Bull. Und dann habe ich in 2020 eben auch mein bestes Jahr mit Red Bull gehabt in der gesamten E-Sports-Karriere. Also das war schon so, eigentlich 2020, aber wirklich abgesehen davon, dass da Corona und sowas war, war das echtes Traum, ja. Das war perfekt. Nur war ein bisschen komisch, weil wir haben dann 2020 auch die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen. Ich wurde dritter in der Fahrerwertung. Wir haben bis zum Schluss mitgekämpft. Aber dann, weißt du, dann gewinnst du. Und du rockst zu Hause ganz allein. Das war schon komisch. Das war echt seltsam. Also, keine Ahnung. So, die Feierlichkeiten waren dann nicht so crazy. Aber gut, was soll man machen? So ging es jedem zu der Zeit, ne? Ja. Ja, aber war schon eine krasse Zeit. Dann war ich noch zwei Jahre länger bei Red Bull. Bis Ende 2022. Und dann habe ich gesagt, komm, irgendwie Änderung muss rein. Ich habe auch irgendwie nicht so gefühlt, wo sich das Ganze bei Red Bull hinbewegt hatte. Damals war es noch G2. Jetzt ist mittlerweile ein anderes Management da. Team Redline von Max Verstappen. Aber da irgendwie hatte ich so das Gefühl, wir sind nicht mehr so dieses Team wie vorher. Und habe gedacht, okay, vielleicht mal was Neues probieren. Tapetenwechsel schadet vielleicht nicht. Und da bin ich dann zu Mercedes gegangen. Und bei Mercedes, da war das einfach so ein bisschen drunter und drüber. Das hat eigentlich nicht 100. Also, als E-Sports-Fahrer, das hat nicht 100% gepasst. Das sind jetzt auch, glaube ich, Januar. Wir kennen auch einige. Der ist jetzt auch tatsächlich Ende des letzten Jahres. Also, letztes Jahr war ich noch unter Vertrag. Ist er jetzt auch gegangen nach der letzten Saison. Und, ja, also, das war alles nicht so drunter drüber. Eigentlich sollte man immer nur drei Fahrer haben. Wir hatten aber vier. Und dann war da halt so ein Wettbewerb die ganze Zeit. Also, es wurde entschieden zwischen Jake Benham, mir, Jano Oppmer und Dani Beresnay dabei war. Jano Oppmer eigentlich 100% gesetzt. Das heißt, es war ein Wettkampf zwischen drei Leuten für zwei Sitze. Ja. Und, ja, gut, da, das war immer so ein Auf und Ab. Immer, man muss immer seinen Teamkollegen schlagen in League Racing, was halt mit E-Sports an sich nie richtig was zu tun hat. Ist eine gute Vorbereitung, aber es ist nicht dasselbe. Man sieht manchmal Fahrer, die im League Racing gut sind, die sind dann im E-Sports tatsächlich doch nicht so gut, weil es trotzdem immer auch was anderes ist. Und, ja, gut, da haben sie dann am Ende gesagt, ja, okay, Marcel, wir nehmen dich jetzt nicht ins Team. Also, wir würden dich zu Williams verleihen. Also, ich weiß auch nicht, ob ich so weit da reingehen darf, inwieweit und wiefern immer noch mit, was die Gründe dafür waren und sowas. Aber, also, ich weiß auch, der Jano war nicht so happy damit, wie immer mit mir umgegangen wurde. Aber mehr sage ich jetzt mal nicht. Naja, dann hatte ich die Möglichkeit, entweder, keine Ahnung, ich sitze aus und das hat mir so ein bisschen so den Endstrich dann gegeben. Da hab ich da echt schon so, ich hatte immer weniger Motivation allgemein, dieses Spiel zu spielen, diese Formel-1-Spiele. Weil die, ab manchen Jahren sind sie echt cool, manche Jahre sind sie echt komisch von der Fahrphysik. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es mich wirklich dann nach sechs, knapp sieben Jahren mit Erfolgen und auch schweren Zeiten, weiß nicht, ob ich jeden Tag so zehn, zwölf Stunden vorm Bildschirm hocken will, nur damit sowas passiert und damit man auch, keine Ahnung, wenn es mal schlecht läuft, das ist das Krasse im E-Sports, wenn es mal schlecht läuft, da interessiert es keinen, vor allem in der Formel 1, da kriegt man gar nichts mit. Das ist wirklich immer nur, ich hab das mitbekommen, 2020 und 2020, alles easy ein, 20 auch. 22 lief dann schon ein bisschen schlechter. Ja, aber das war nicht so mein Game. Und hat man echt so gemerkt, so keine Ahnung, wenn man nicht Erster ist oder wenn man nicht oben mitfährt, dann ist man echt gefühlt niemand. Und es gibt oft echt auch mal Momente, weil das eben so eine krasse Competition ist, die Abstände sind ja so minimal im E-Sports, dass egal wie schnell du bist, egal wie perfekt du manchmal was machst, es kann nur eine Sache mal schief gehen, die vielleicht auch gar nicht in deiner Kontrolle ist und direkt ist dein Resultat am Ende. Und letztendlich interessiert es keinen. Ich weiß auch noch aus Red Bull-Zeiten, das letzte Jahr, dass die Leute oben, so wie Christian Horner und so, dass die nur sehen, so, haja, okay, Marcel war jetzt mal hinten so P, keine Ahnung, 16 oder sowas unterwegs. Wieso ist sein Teamkollege vorne und er nicht? Dabei schauen die gar nicht das ganze Rennen an. Vielleicht hatte man eine gute Startposition oder man hat sich gut zurückgekämpft und außen nicht so wieder rausgerammt. Und das ist halt so im E-Sports, das wird halt immer noch nicht ganz so wahrgenommen, wie echte Racing, dass die Priorität da ist, wirklich alles genauso detailliert zu analysieren. Und da rutscht man echt schon mal mit einer schlechten Performance. Da verliert man schon krass so Reputation, so in diesem Game. Das ist dann echt auch mental krass. Ich hatte viele Momente, wo ich auch wirklich geweint habe und so und schon so in die Richtung, keine Ahnung, es ist einfach ein mentaler Krieg, den man mit sich führt. Immer dieses, man challenged sich jeden Tag, man macht aber gleichzeitig auch jeden Tag dasselbe. Weil letztendlich geht's nur darum, Setups testen, fahren, fahren, fahren. Mehr macht man nicht. Das ist halt wirklich, so trocken ist es. Weil auch viele denken, da ist so ein Secret, dass man, keine Ahnung, die tüfteln da was rum, die haben so Special hier und da irgendwas. Klar, es gibt immer mal ein Exploit, wie zum Beispiel in den F1, in den Games da, die Physik ist immer noch auf einer alten Engine und deswegen sind 60 FPS, wenn man das zu 60 FPS lockt, ist das Auto schneller, als wenn man Unlimited FPS fährt. Was eigentlich in einem anderen E-Sport, da dreht man ja alles runter, damit man mehr FPS hat. Beim F1-Game bringt es einem nicht mal mehr was, außer Stabilität. Aber wenn man keine 60 FPS fährt, verliert man 1,2 Zehntel pro Runde, vor allem im Qualifying. Und das ist halt schon krass, weil die Curbs sind dann flacher, das Auto rotiert besser, hat mehr Grip sonst wie. Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Aber, ja, da sind halt solche kleinen Sachen, aber so an sich das Fahrerischste, wir gehen auch nur ins, wir simulieren Qualifying, wir simulieren Rennen, wir simulieren die Strategien und wir testen die Sets. Mehr gibt es da nicht. Eigentlich alle Szenarios, Intermediates, Wets, auch so Transitions, probieren wir irgendwie zu simulieren, so von Trocken zu Inters, von Trocken zu Wets und alles mögliche, so Kombination. Und dann eben die Reifenmischung. Wie verhält sich, wenn man dann irgendwann ein Rennsetter ausgearbeitet hat, wie verhält sich das Setup oder wie verhalten sich die Reifen? Kann man das irgendwie noch verändern? Kann man das irgendwie verbessern, so ein paar Zehntel pro Runde, ohne viel Batterie zu benutzen? Aber man fährt immer nur und man tüftelt ein bisschen rum, vielleicht mal ein bisschen weniger Flügel, vielleicht ein bisschen weniger Stiffness bei den Springs, bei den Dämpfern, die Ride-Tide, keine Ahnung. Das ist halt immer dasselbe. Man ist einfach permanent am Feintune und man ist nie happy. Deswegen, wenn die Leute fragen, ja, wie lange brauchst du für ein Setup? Kein Plan, ey. Wirklich. Keine Ahnung. Wenn das Rennen kommt, dann muss es ready sein. Aber selbst da, man hockt da, man hört wirklich noch einen Tag vorher und denkt so, ja, wir müssen noch was ändern. Das ist echt voll oft so gewesen, dass wir noch einen Tag vorher da saßen und Setups verändert haben. Was nicht das Beste ist, man sollte eigentlich schon so sagen, okay, irgendwo da ist ein Cut, außer wenn man merkt, okay, es fehlt wirklich was Krasses und man kann noch mehr Rundenzeit finden. Aber ja, letztendlich, man gibt sich nie zufrieden. Man ist halt in so einem Perfektionismus unterwegs, dass man nie happy ist. Und das ist auch das Problem an diesem ganzen E-Sports. Man ist nie glücklich. Man hat ein Resultat, ich weiß auch, wir haben Rennen gewonnen und man hat es nicht mal gefeiert, weil man gedacht hat, okay, jetzt kommt das nächste Rennen. So, was bringt mir jetzt dieses eine Rennen? Klar, cool erster, aber im echten Motorsport, da gewinnt ein Fahrer mal, der nie gewinnt, keine Ahnung. Das wird gefeiert und so zelebriert auf so eine krasse Weise. Im E-Sports gar nicht, da ist es so zugemacht, nichts ist drin. Das ist irgendwie alles so extrem kalt, wie so Maschinen. Man ist irgendwie kein Mensch, man ist echt so Maschine, Roboter. Man muss liefern, 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 liefern. Wenn man da mal nicht liefert, dann ist es echt krass. Also, in der echten Formel 1 zum Beispiel, sagen wir jetzt mal so einen Danny Ricardo, klar, der war schon mal unter krasser Kritik, aber letztendlich hat er immer noch so diesen Vorteil davon, dass man sagen kann, ja, man kann es irgendwo aufs Auto schieben. Die Autos sind nicht 100% gleich, selbst unter Teamkollegen. Wenn er das Chassis der andere das, vielleicht ist hier irgendwas anderes geschraubt, da vielleicht hat er einen neueres Teil, der andere ein älteres, der Motor hat vielleicht hier mehr Verschleiß und da, keine Ahnung. Man kann eh mal sagen, dass irgendwo woran liegt. Aber im E-Sports, wenn man auch davon ausgeht, man teilt Setups mit seinem Teamkollegen, es gibt keine Ausreden. Es gibt nur, ah ja, okay, vielleicht ist mal was schiefgelaufen im Rennen, aber selbst dann juckt es wirklich keinen. Das ist halt so echt die harte Wahrheit und das macht einem schon zu kämpfen über so eine lange Zeit. Bei mir hat sich da auch krass mal so entwickelt, so durch 2022. Da war ich sehr schwach im Qualifying, weil ich das Handling nicht so gefühlt habe. Es war immer so am Wheelspin, selbst wenn ich schon im sechsten Gang oder so war und dann ab und zu war das echt schwer zu kontrollieren, dass man kurz vorm Wegdrehen war. Und für mich war das dann manchmal so ein Confidence-Killer. Ich habe die Saison noch gut begonnen, zweites Rennen, zweiter qualifiziert und zweiter geworden und dann ab da ging es immer weiter so bergab, so konstant, immer mehr nach unten hat man echt gesehen, so der Verlauf, weil mir immer mehr so dieses Selbstbewusstsein gefühlt hat, gefühlt hat, gefehlt hat, so, was die Quali-Performance anging und da war das dann echt auch schon so, ich bin in Qualifyings und es ist auch allgemein so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn du in einem Qualifying bist, dass du denkst, oh scheiße, was ist, wenn ich jetzt die Runde nicht treffe? dass man so diese Zweifel hat und das ist schon echt brutal, wenn du dann immer so drinsitzt und so panische Angst bekommst du, ey, was ist, wenn ich das jetzt wieder so verkack und du versuchst echt, wir hatten da auch Mental Coaches und sowas, da habe ich echt also versucht daran zu arbeiten, es hat auch eine Zeit lang gut geklappt, dann hatte ich eben keine Mental Coaches mehr, dann wurdest du wieder ein bisschen schlechter, diese so im Qualifying, diese Performance Angst, das ist schon sowas, da muss man echt dran arbeiten, also wenn man krasses Selbstbewusstsein hat, da kann man vielleicht sogar langsamer sein und man liefert besser ab, aber wenn man, wenn man extrem schnell ist, das habe ich auch bei meinem Teamkollegen gesehen, Frederik Rasmussen, wird sagen, das ist mit Abstand der schnellste Simracer auf dem Planeten und der hat trotzdem immer so einen Auf und Ab gehabt, weil er trotzdem auch nervös war und vielleicht auch mal Angst hatte, dass es nicht gut läuft, hat auch immer gesagt, ach, das ist so kacke Paces schlecht und dies und das und sich immer runtergeredet, wenn dann so jemand ist wie zum Beispiel der Jano Opmer, der ist vielleicht nicht der schnellste immer, aber der ist auch Niederländer und mit dem war ich ja auch Teamkollege jetzt letztes Jahr und ich habe den auch mal gefragt, so hast du überhaupt so Angst vorm Verlieren, so oder so, dass er so denkt, so oh Mann, was passiert, wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, gut abliefe und der hat gesagt, also sein Vater, der war auch gut mit dem Joost Verstappen, deswegen er kennt auch dieses harte Treatment, was der Max Verstappen da in seiner Kindheit durchgemacht hat von seinem eigenen Papa, das ist zwar manchmal so ein bisschen fragwürdig, aber er hat gesagt, so entstehen eben Gewinner, so blöd das klingt, habe ich gedacht, okay, wie meinst du das? Und dann hat er gemeint, ja, keine Ahnung, er denkt nicht nach, so darüber, was jetzt schlecht laufen könnte, für ihn ist einfach nichts anderes eine Option, außer Erster werden und ich glaube, das ist so dieses Ding, wenn man viel an Mindset arbeitet, da kann man echt viel rausholen im E-Sports und Simracing, allgemein im Sport, aber gerade im E-Sports, wo es wirklich um so ein paar Tausendstel geht, weil da dein Kopf in einer falschen Umgebung ist und du dich irgendwie ablenken lässt, das ist schon, ich glaube, das hat schon krasse Auswirkungen, deswegen, das macht einiges sehr und das war bei mir auch in der Karriere am Ende so ein Punkt, wo ich ja, ey, weiß nicht, habe ich jetzt noch Lust, dieses F1 E-Sports wieder zu machen, 10, 12 Stunden da versauern vom Bildschirm in der Dunkelkammer und wenn es da mal nicht läuft, dann kriegst du ja nur Hate ab, da habe ich ja, weiß nicht, ich glaube, erst mal, ich weiß nicht, ob es für immer rum ist, aber ich denke schon, so, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder da zurückgehen würde, so ACC oder sowas vielleicht mal, irgendwie so ein bisschen professioneller oder iRacing, das vielleicht, aber das F1 Game weiß ich nicht, weil, da musst du echt, um auf diesem wirklich Profi, Profi Niveau zu fahren, musst du wirklich alles aufgeben, da hast du kein Sozialleben mehr, wenn du wirklich der Beste sein willst, dann ist das dein Leben und nichts anderes und nach 6, 7 Jahren wirklich immer dieses Game zocken und es fühlt sich halt auch nicht großartig anders an jedes Jahr, es gibt zwar Feinheiten, so von der Physik, aber es ist trotzdem irgendwo immer dasselbe, es macht keinen Bock, muss ich gestehen. Also hast du letztes Jahr den Nagel, hast du jetzt an der Wand gehängt? Ja, also so, beziehungsweise es war tatsächlich dieses Jahr, weil die eSports ist so lange verzögert durch irgendwelche organisatorischen Sachen, dass die Saison glaube ich irgendwann im März oder sowas rum war oder im Mai, da war ich dann noch auf Laie bei Williams, theoretisch noch bei Mercedes, weil das war wirklich nur ein Live-Vertrag und jetzt bin ich immer noch bei Mercedes involviert als Content-Creator, aber so eSports-Spielermäßig bin ich jetzt erstmal raus, also da habe ich erstmal so die Tür zugemacht. Geht es dir denn damit besser jetzt? Ja, würde ich schon sagen. Das Einzige, was so natürlich wegfällt, ist Gehalt und gerade so Social-Media-mäßig, das läuft jetzt auch bei mir noch nicht so gut, das ist auch keine große Sache, das so zuzugehen auf Instagram und sowas einigermaßen, aber mit Instagram kannst du jetzt nicht wirklich irgendwie im Sim-Racing großartig leben, so da schon finde ich eher so YouTube, Twitch und sowas und Twitch ist jetzt nicht so krass bei mir am Laufen der Zeit und YouTube jetzt auch nicht, aber gut ist alles, würde ich sagen, eine Sache, die dauert und ich bin halt auch noch involviert mit so gerade Rearacing, dass ich da eben am Networken bin, gerade in den Vereinigten Emiraten, weil da ist eben die Nachfrage dadurch extrem hoch und da sehe ich halt auch eine große Möglichkeit, für mich den Sprung zu machen in ein echtes Cockpit, ob das jetzt Formelsport ist oder GT-Sport, bin ich erstmal für beides offen, Hauptsache irgendwie da noch den Fuß reinkriegen, weil das ist ja mein großer Traum gewesen auch, wieso ich mit dem Sim-Racing begonnen habe, ja, also das ist so derzeit so mein Ding, aber ja gut, das Einzige, was da wirklich so fehlt, ist so das Gehalt, aber ansonsten würde ich sagen, ich bin schon glücklicher. Und wie finanzierst du dein Leben jetzt? Das muss ich jetzt fragen, weil ich bin schon ein bisschen älter und gesetzter, also ich glaube, ich habe schon 15 Jahre Vorsprung, wie kommst du denn über die Runden? Also derzeit, ich wohne gerade auch, also wenn ich in den Emiraten bin, bei Freunden, deswegen Miete muss ich mal keine zahlen, so Essen ja, aber ansonsten, das ist recht entspannt und ich habe ja nicht, durch meinen E-Sports-Preis und sowas, das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, crazy gewesen oder sowas, ich würde sagen, keine Ahnung, wenn ich es groß aufrunden müsste über die gesamte E-Sports-Laufbahn mit Gehalt und Preisgeld und sowas in den sechs Jahren, vielleicht so zwischen 100 bis 150.000 Euro, keine Ahnung, kann man da verdient haben, weil das war halt alles noch im Wachsen, ich war ja von Anfang an mit dabei, wenn man jetzt vielleicht einsteigt und da eine richtig gute Karriere in den selben Zeitraum hinlegt, kann man vielleicht schon so 300.000 bis 500.000 verdienen, eventuell, wenn man dieselbe Zeitspanne da mit einbezieht. Aber ich habe auch so ein bisschen Geld investiert, so in verschiedene Anlagen und deswegen, ich habe noch so Rücklagen, darauf bin ich jetzt gerade so aus, aber theoretisch mache ich gerade eher minus monatlich als sonst wie, aber deswegen, ich bin da noch entspannt, muss jetzt halt einfach nur gucken, dass es irgendwie zum Laufen kommt und dann wird es schon, jo. naja, du, das ist halt, ich meine, probieren muss das ja irgendwie, ne? Ja, no risk, no fun, ne? Sagt man so und das ist auch das Gute daran, denn, naja, ich glaube, wenn du Jano fragen würdest, der sagt halt auch, es gibt nur Platz 1, du. Ja, ja. Irgendwann muss man ja auf so eine Karte mal setzen. Das stimmt wohl, deswegen einfach dranbleiben. Und was machst du jetzt so aktiv, dass du, ja, deinen Fuß in die Tür kriegst, wenn du das sagen darfst? Also ich hab mir schon in den Emiraten ein recht gutes Netzwerk aufgebaut, das ist halt so dieses Hauptding, so gerade dieses typische Thema, weiß nicht, vielleicht denken da man hier direkt unsympathisch wegen Dubai und sowas, aber gut, das ist für mich alles so eine Businessmöglichkeit, weil letztendlich Motorsport kostet sehr viel Geld und das Geld hab ich nicht, um mir selbst eine Karriere zu finanzieren, aber ich hab mir eine gute Karriere aufgebaut, ich hab mir eine gute Geschichte angeeignet, so diese Story vom Gamer, vom Profigamer zum Racer, die ist ja sehr beliebt, mal gesehen beim Film Gran Turismo und sonst wie, machen ja sonst einige auch noch immer noch und ja, dementsprechende Marken, mit denen kollaboriere ich da unten auch in einer gewissen Form. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da irgendwie dadurch irgendwie so ein Gehalt oder sowas bekomme, nee, aber da entstehen Möglichkeiten, es ist wahrscheinlich jetzt auch so, dass ich schon nächsten Monat anfange zu testen, zumindest im Kart, also eventuell fahre ich schon mal eine Kart-Saison dort unten mit so einer Marke, die heißt Teleos, die machen so Simulatoren und so weiter und so fort, also so wirklich so krasse Simulatoren, die jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, die sind die heftigsten, so vom Simracing, von dieser Immersion, sondern die haben so dieses gesamte Ding, ist halt so irgendwo so eine Kombination aus Luxus und Funktion, die haben halt eher so Hydraulik, aber mit Knöpfen und sowas, dann auch das Lenkrad zu sich fahren kann und die Pedale, die Pedale bauen die auch selber, ich glaube Lenkrad benutzen die Simucube, haben die auch so Triple Screens, oben auch noch ein Monitor, ähnlich wie bei dir hinten das Setup, nur tatsächlich, deins wäre krasser als das, was die haben, aber die haben halt dieses gesamte Ding mit einem fetten PC und sowas, der kostet glaube ich einen Simulator knapp 60.000 Euro, weil die halt alles wirklich handanfertigen, die ganze Hydraulik und so weiter und so fort, das ist halt echt schon heftig das Teil, aber wenn man jetzt so im E-Sports unterwegs sein wird, würde ich sagen, der Monitor ist zum Beispiel zu weit weg, die Position ist nicht ganz 100%, habe ich denen auch schon alles gesagt, ich bin da immer so ein bisschen am nörgeln, aber auf eine so konstruktive Weise, würde ich sagen, und die wollen jetzt auch da so ein Televis Racing Team machen, die haben da viel in Planung und das soll ich eher involviert sein, auch als Fahrer, gerade, ich glaube, da werden wir Rotax, Rotax Max fahren, in den Arabischen Emiraten und da habe ich schon Sponsorgeld so, ich glaube, so drei Viertel, um die gesamte Sessor zu fahren, aber des Weiteren bin ich da noch mit einer Gruppe, die heißt Group 63, das ist so die größte AMG-Ownergruppe und die wollen da jetzt auch im GT Sport einsteigen mit ihrem eigenen Team, so GT3-Richtung, mit einem Mercedes-AMG, GT3 Evo, vielleicht auch GT4 und da werde ich wahrscheinlich auch so Coachings anbieten und so weiter und so fort, deswegen, das ist vielleicht eine mögliche zukünftige Sache, die ich auch haben werde, so Coachings, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, ich glaube, da sind auch einige interessiert so an diesen Profi-Simracer-Coach, einerseits dann im echten Auto, aber andererseits auch auf dem Simulator, weil der Simulator, finde ich, ist mittlerweile der kostengünstigste Fahrtrainer der Welt und es wird ja auch alles immer besser, also, ich weiß nicht, ich denke, du hast auch deine Erfahrung gemacht, dass du in echt wahrscheinlich ein bisschen anders fährst mittlerweile, wo du mehr Simracing machst als davor, ich weiß nicht, wie ist das da bei dir? Ich habe meinen Führerschein erst gemacht, als ich schon gesim-racet bin, also ich bin nie... Ja, okay. Aber bist du davor schon mal Kart gefahren? Ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben Kart gefahren. Nee, ernsthaft? Ja. Ach du Weile, musst du mal machen, ja gut. Ich habe wirklich, also für mich ist das, das können Leute immer schwer nachvollziehen, für mich ist das Fahren eines Autos oder irgendwas mit vier Rädern am Limit ist für mich echt nicht interessant. Echt? Aber Motorrad? Auch nicht. Also ich fahre gerne Auto, aber ich muss kein Rennen fahren. Na gut, aber was? Also du bist noch nie Kart gefahren? Nee. Ja, aber was, wenn es dir gefallen wird? Das weiß ich ja nicht, also ich schließe das nicht kategorisch aus, also ne, ich will jetzt nicht sagen so, ne, ich habe da keinen Bock drauf, sondern es ist mehr so, ich denke da nicht dran, das mal zu machen. Ja, dann wird es Zeit. Das Leben ist zu kurz, um keinen Kart zu fahren. Das wäre doch mal, das wäre doch mal cool. Also mir, das erste Mal. Mir, mir würden viele andere Dinge einfallen, die ich vorher lieber machen wollen würde. Also. Zum Beispiel? GT3 fahren? Nee, also zum Beispiel mal, äh, als, als Mediatyp eingeladen zu werden, ähm, in der Boxenkasse von dem 24er zu fotografieren. Das wäre einfach absoluter Traum. Also so, dass du wirklich auch in Pitlane kannst und so. Also wenn, wenn, wenn ich, das verspreche ich dir jetzt schon mal, wenn ich in so einer GT3 Serie mal ein 24er fahren würde, egal wo, ob das auch in Dubai wäre oder sonst wie, und ich kann dich da einladen, dann, dann lade ich dich da ein und kannst du da Pitlane, Access und alles bekommen. Ich hab das ja schon, äh, letztes Jahr in Le Mans hab ich das gemacht, aber halt nicht mit der Möglichkeit, überall hin zu dürfen. So, das, das ist eher so mein Traum. Das fühl ich mehr mittlerweile. Echt? Okay, krass. da könnte ich dann mal gucken. Also das, dass, wenn das soweit ist, dann lass ich dich wissen und dann check ich mal ab, ob ich dir da irgendwie helfen kann, weil das wäre cool. Also, aber trotzdem, dann können wir auch mal, wenn du vor Ort bist, Kart fahren. Und dann würde es mich mal interessieren. Können wir gerne machen. Also, wie gesagt, ich schließe mich da nicht aus. Oder mal eine GT3 Taxi fahrt. So im Mercedes GT3 Evo über die Rennstrecke. Das hat mir tatsächlich Tim Heidemann schon angeboten und das, der fährt mich auch einmal noch über die Nordschleife. Krass, okay, das ist fett. In einem, in einem GT3? Also, Serie, Serie aber. Das ist heftig. Das wäre bestimmt cool. Er hat gesagt, ich kack mir in die Hose. Ich bin gespannt. Ja, Tim ist ja auch eine Legende, ne? Er ist ja auch vom E-Sports zum, in die DTM. Das ist schon brutal. Vor allem so außen nichts so. Das ist heftig. Ja gut, aber ihr habt halt viel aufgegeben, so, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt schon, aber keine Ahnung. Das sind trotzdem, ich finde, die Schattenseite wirklich vom E-Sports ist so das Mentale, weil für mich, ich habe echt über die letzten Jahre, ich war immer so extrem krass positiv, bin ich zwar immer noch, aber ich habe manchmal auch Phasen so mit mir selber, wo ich so krass, ich weiß nicht, das ist wie so, dass man sich selber runter macht, dass man sich selber nie genug wird, dass man, weißt du, ich habe das irgendwie auch auf Social Media gemerkt. Man erreicht irgendwie eine gewisse Anzahl an Followern oder so, wo man denkt so, oh, ich freue mich da voll drauf, so, das ist voll krass, wenn ich so ein Milestone erreiche, aber letztendlich ändert sich dadurch genau gar nichts. So, es ist immer so dieses, wie im Simracing, man, du, du fährst ein Rennen, du arbeitest drauf hin, du winnst und viel verändert hat sich nicht. Da denkst du immer so, so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, damit du das, was du dir irgendwie so im Kopf so erwünschst, so, dass da irgendwie so der nächste große Step kommt, was auch immer dieser nächste große Step ist, was musst du machen dafür, dass das kommt? Und das ist echt so eine Sache, dass im Simracing ist es, ich finde, das macht einen richtig fertig. Also, ich kenne wirklich wenig F1-E-Sport-Fahrer, die extrem glücklich sind. Die beschweren sich eigentlich nur den ganzen Tag und, außer wenn sie gewinnen, aber wenn sie wirklich auch mal so Struggle-Phasen haben, da kenne ich fast keinen, der wirklich mit sich zufrieden ist, der wirklich glücklich ist und, obwohl man, es hört sich alles so privilegiert an, weil letztendlich, wie viele Leute würden gerne in der Position sein? Da frage ich mich auch immer wieder so, ey, weißt du, du sagst so, ja, nee, ich mach da jetzt die Tür zu. Manche andere würden sagen, ey, ich wünsch, ich könnte nur die Tür aufmachen und das, das vergisst man manchmal so und ich verstehe dann auch echt, wenn Leute sagen, ja, jammer nicht rum auf großem Niveau, keine Ahnung, du hast keinen, keinen normalen Job, du musst nicht irgendwie zur Arbeit fahren, dies, das. Du bist da bei Formel-1-Teams, also, geiler geht's ja nicht. Theoretisch ja, aber ich finde, so Struggle und sowas sind alle immer relativ, das ist irgendwie anpassbar auf egal was im Leben. Ich glaube, jeder Mensch, egal ob reich, arm, egal ob, keine Ahnung, auf egal welche Weise, jeder hat irgendwo seine Struggle. Ich glaube, das ist irgendwie immer so, aber der mentale Struggle im E-Sport ist echt, das ist heftig, das habe ich echt gelernt, sodass ich sagen muss, es gab schon Phasen, wo man sich echt am Boden gefühlt, also richtig am Boden, dass irgendwie fast nichts mehr auf dich drauf treten könnte, dass es fast nicht schlimmer geht. So kam es einem zumindest vor. Also das ist schon krass. Das ist ja aber auch normal, dass man sich in die Situation nicht reinversetzen kann. Also es ist ja für mich jetzt nach zwölf Jahren auch so, die meisten Leute wünschen sich das, dass sie das hier machen können. Ein Großteil wird das definitiv nicht machen wollen, nach einer Weile. Ja. Weil, sagen wir mal so, wenn du jetzt, du hast deinen geregelten, deinen geregelten Job und der, also es ist egal, welche Branche, das ist alles schwer und das ist wirklich, kann man nicht von der Hand weisen und da gibt es auch keine Relativierung, ob du auf dem Bau bist oder ob du im Büro arbeitest, so der Struggle ist halt da, wie du schon sagst. Du kommst aber nach Hause und danach bist du zu Hause und dann ist eine Weile nix. So und ich rede jetzt nicht davon, dass du deine Bude sauber machen musst oder Wäsche sauber machen musst, aber du hast 30 Tage im Jahr, wo du sagen kannst so, ey, ich mach jetzt nix. Also Urlaubstage und dein Gehalt kommt. So und da gibt es natürlich auch Leute, die denselben Struggle haben, wo die Arbeit nicht sicher ist mit Zeitarbeit etc. pp. Aber was viele dabei vergessen ist, dass du permanent, also du wahrscheinlich auch, dass du permanent 24-7 unter Strom stehst. Ja, ja. Ich kann nicht abschalten. Genau, du stehst unter Strom auf und du gehst unter Strom schlafen. Und es ist egal, wie viele Listen du dir schreibst, es ist egal, wie sehr du versuchst, deinen Kopf aufzuräumen, Strom ist immer da. Du hast immer Strom. Also es ist auch, ich weiß nicht, ob du so ein Mensch bist, kannst du auf dem Sofa liegen und nix machen? Nee. Nee. Ich kann allgemein nicht, nicht egal bei was. Das ist so schlimm, dass ich irgendwie bei egal was irgendwas machen muss. Wenn ich schon mal mit Freunden da sitze oder sowas oder irgendwie, wenn ich mit Freunden rede, ich bin meistens der, der im Zimmer irgendwie rumläuft und währenddessen redet, weil ich irgendwie immer irgendwas machen muss. Ich bin so, ich hab so diesen Tatendrang. Aber wiederum, wenn es dann mal darum geht, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber wenn du dann weißt, okay, irgendwas läuft nicht so und du müsstest eigentlich daran was ändern, aber manchmal ist es dann dieser Struggle, dass du denkst, ach, das ist grad so kacke, dass du dich dann so davon irgendwie fast schon abhältst mit dem Gedanken, dass du darüber nachdenkst, dass es nicht so ist, wie du es gerne hättest. Ja, das ist doch normal. Aber das ist, das find ich das Schlimmste, weil dann, dann denkst du so, ey, eigentlich müsste ich jetzt das und das machen, ich mach's jetzt aber grad nicht und dann, was bei mir auch krass ist, ich find, so durch diesen Stress, diesen konstanten Stress, den verarbeitest du dann auf irgendeine andere Weise. Manchmal mach ich das durch Essen oder, keine Ahnung, irgendwie emotional auf eine andere Weise, dass ich dann doch mal mehr gestresst bin und irgendwie extrem emotional bin. Manchmal bin ich dann auch einfach extrem faul. Ich weiß nicht, das ist so eine richtige Achterbahnfahrt, aber es ist so schwierig, weil, ich seh das ja auch oft auf Social Media, dass viele eben meinen, so grad bei Influencern und sowas, es gibt bestimmt manche Influencer, die sind echt richtig faules Song, wo man echt denkt, ja, dein Leben ist so schwer, klar, aber, es ist so schwer, wirklich darüber zu urteilen, egal in welcher Branche, ob das auch ein normaler Job ist oder dies oder das, wenn man nicht selber genau in der Haut von dieser einen Person steckt, find ich. Genau. Das ist so dieses, keine Ahnung, ich find, deswegen ja, ich bin privilegiert mit dem Simracing und sowas, aber trotzdem, das hat mich echt so fertig gemacht, dass ich gesagt hab, nee, geht nicht mehr, also ich muss da jetzt echt mal eine Pause reinlegen, ansonsten geh ich kaputt daran, so mental. Ich glaub, da wär ich nicht so, ich glaub, da hätte ich echt meine Lebensfreude dran verloren. Das Schöne ist, oh, Entschuldigung, mach weiter. Nee, nee, alles gut, ich hab tatsächlich gemerkt, dass ich nicht weiterreden muss. Ach so. Sorry, sorry. Das Schöne ist, wenn du älter wirst und das, also ich hab das, ich hab wirklich das Glück und das meine ich auch wirklich so, ich hab das Glück, eine sehr alte Community zu haben mit Müttern, Familienvätern, in den 40er, 50er, auch 60er und du merkst das, wie denen das alles immer egaler wird, weil die das ganze Leben auf drei Säulen runtergebrochen haben. Ein Dach über den Kopf und der Familie geht's gut. Alles andere ist denen scheißegal. Das ist denen wirklich so egal, weil die so viel inneren Frieden dadurch gefunden haben, dass die da sitzen und da kann die, da wirklich, da kann der Job weg sein. Okay, ey, dann ist das so. Und dann sind die nächsten Tag, gehen die wieder los und versuchen das Leben wieder vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Und das Geile ist, je älter du wirst, desto mehr ist dir das alles egal. Ja, glaub ich auch. Ich bin ja jetzt gerade in meinen 20ern, ich werd jetzt 26. Ja. Und ich glaub, gerade in den 20ern, das zerbricht man sich so in den Kopf, vor allem heute mit Social Media, man sieht den ganzen Tag nur, ja, du musst dies machen, du musst so viel arbeiten, du musst dies und das machen. Und tatsächlich, ich bin ja auch so einer gewesen, ich hab immer gesagt, wenn du der beste Simracer werden willst, musst du einfach mehr fahren. So, je mehr du fährst, je mehr Erfahrung, desto besser. Aber ich hab mich da so kaputt manchmal dran gemacht, dass manchmal mein Fahren voll unproduktiv war und ich hab mich da echt kaputt gemacht, aber heutzutage, man sieht ja wirklich, keine Ahnung, 15-Jähriger, Multimillionär, die Stars, die haben schon alle irgendwas erreicht und dann fragst du dich echt so, selbst ich, vielleicht manche aus meiner Community würden sich denken, wie kann der sowas sagen, der hat doch so viel schon erreicht. Ich fühl mich echt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich fühl mich, als hätte ich noch gar nichts im Leben erreicht. Ja, wirklich nichts. Ja, kenn ich, hab ich auch. Die Frage ist ja dann aber am Ende, wie definiert man das? Und jetzt kommt der Knackpunkt, wo bei mir vor, ich glaub, einem halben Jahr das Umdenken angefangen hat. Die Frage ist ja, also, das ist übrigens ein sehr schönes Gespräch, was wir gerade führen. Wie definierst du für dich, dass du was erreicht hast? Wo du selber sagen würdest, ja, nee, wenn ich das hab, so hab ich einen grünen Haken, hab ich was gemacht. Das ist schwer. Das ist schwer. Ich weiß nicht. Ich hab das immer so in wirklich gewissen, ich weiß nicht, ist tatsächlich ein Renngewinn auch irgendwie ein materielles? Ich glaub schon, irgendwie dann, da bin ich immer sehr materiell gewesen, was das angeht. ja, du siehst die und die Followerzahl, du siehst, du siehst, keine Ahnung, du hast so und so viel Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, die Leute feiern dich. Vielleicht solche Sachen, ich weiß nicht, das war, ich weiß es nicht, ich hab immer versucht, das so, dass ich so sag, mir ist das alles egal, aber mir ist es nicht egal, mir ist auch nicht egal, was die Leute sagen. Selbst irgendwelche random Leute im Internet, mir ist es nicht egal. Mir ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das auch verstehen kannst, aber wenn jemand, egal wer, schlecht über dich redet, ich find das einfach nicht schön, ich möchte nicht, dass jemand schlecht über mich denken muss, ich möchte, dass die Leute, die mich sehen, denken, ey, egal ob ich den jetzt verfolgen will oder nicht, egal ob ich den mag oder nicht, das ist ein korrekter oder ordentlicher Typ, der macht sein Ding und ich wünsche ihm das Beste, so in einer gewissen Form, weil ich das auch umgekehrt für andere will, so die, für Leute, die echt straight, gerade sind, so einfach so, die nicht so, weiß nicht, die irgendwas vorspielen, dem wünsche ich echt nur das Beste und weiß nicht, das ist irgendwie, weil alle immer sagen, hey, das kann dir doch egal sein, ich weiß nicht, ja, kann, theoretisch, theoretisch sind es nur irgendwelche Internetkommentare von irgendwelchen Leuten, vielleicht auch manchmal irgendwelche, so blöd, ich will damit jetzt nicht irgendwie jüngere Leute niederspielen, aber so zehnjährige kleine Kinder, die dich irgendwie beleidigen, du weißt ja nie, mit wem du dich unterhältst, aber keine Ahnung, es könnte einem egal sein, aber es ist irgendwie leichter gesagt als getan. Die Frage ist am Ende, also, was würde das denn für dich ändern? Ändert sich in deinem Leben etwas, wenn alle von dir denken, also wenn alle dich so sehen, wie du dich selber siehst? Weil das ist es ja am Ende. Stehst du glücklicher auf? Hast du mehr Energie am Tag? Erreichst du dadurch mehr? Ich habe derzeit auch so ein Loch, weißt du, gerade jetzt derzeit, wenn wir es davon haben, ich stehe meistens so richtig, obwohl ich nicht mal richtig, weißt du, ich stream gerade nicht mal täglich, ich lade nicht mal täglich ein Video, außer wahrscheinlich Instagram, so ein Short, aber trotzdem, ich wache fast jeden Tag auf, so richtig müde, erschöpft irgendwie, so voll so, boah, keine Ahnung, schon wieder, so dann auch, weil ich eben im Motorsport so mich reindrücken will, so gerade auch diese Fitnesskomponente, hasse laufen gehen, ich mache es trotzdem, so immer so alle zwei Tage, immerhin joggen gehen, irgendwas, wenn ich mich fit fühle, ich mache immer irgendwas, aber, ja, keine Ahnung, das ist eine gute Frage, ja, es wird fast schon eine Mental Coaching Session hier mit Nils. Nee, also ich unterhalte mich einfach nur mit dir, ich versuche dich kennenzulernen, guck mal, für mich zum Beispiel, also um dir mal einen Ausblick zu geben, ich habe früher, also vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, also eine gewisse Periode, habe ich mich nie vor Arbeit, in Anführungszeichen, gedrückt, so. Ja. Jetzt gerade im Sommer, YouTube, ihr wisst, ich liebe euch, ja, aber ich beantworte eure Kommentare gerade nicht, ich habe dafür einfach keinen Akku, habe ich nicht. Ja. Ich möchte morgens aufstehen und lieber golfen gehen, weil mich das glücklich macht und am Ende schaffe ich dadurch mehr. Aber ich möchte gerade eure Kommentare nicht beantworten. Ich lese alle eure Kommentare, alle, aber ich möchte sie gerade nicht beantworten, weil ich weiß, wenn ich dir antworte, kommt da nur Käseball rum und das seid ihr mir nicht wert. Deswegen erhöhe ich, also im Endeffekt den Wert, indem ich euch nicht irgendeine lapidare, Lapsche-Antwort schreibe. Und das ist ja die, im Kopf musst du ja für dich selber die Priorität setzen, was dir gerade hilft, dein Leben zu bestreiten. Und beispielsweise, wenn wir zurückgehen zu der anderen Thematik und ich spreche jetzt mal für mich selber, mir ist das völlig egal, was Leute von mir halten. Ey, wenn du mich nicht magst, magst du mich nicht. Ja. Und da kannst du dich in der Reihe anstellen, da sind viele Menschen und wenn du mich nicht so siehst, wie ich mich selber sehe, ist das nicht mein Problem, weil ich muss morgens in den Spiegel gucken und mich mögen. Ja. Und der härteste Kritiker auf der ganzen Welt ist nicht irgendein Random aus dem Internet, sondern du selber, wenn du in den Spiegel guckst und sagst, nee, das war Müll. Und solange du immer zu dir ehrlich bist, also solange ich immer zu mir ehrlich bin und sage, weil ich rede ja von mir gerade, und zu mir sage, ich gucke ein Spiegel und sage, nee, das war Müll. Das war absoluter Müll, was du da gemacht hast. Denn kann mir doch der Rest völlig egal sein. Ja, das stimmt schon. Keine Ahnung. Ich muss gestehen, ich glaube, bei mir kommt das wirklich so ein bisschen noch aus der Jugendzeit und dann eben auch geprägt noch vom E-Sports. Weil so, ich war früher auf der Realschule und dann bin ich danach auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, um mein Abi noch zu machen. Und während der Realschulezeit so gefühlt fünfte bis achte, neunte Klasse hatte ich immer wenig Freunde und wollte immer es jedem recht machen. Ich war immer so auf der Suche nach Naya Recognition, dass die Leute halt so sagen, so keine Ahnung, ja okay, der Typ ist ganz cool. dass ich halt so einen der Beliebteren, kennt man ja, so diese Gruppen, beliebt, unbeliebt. Und ich war immer so einer der Alleingänger. Wurde auch manchmal so gemobbt und sowas. Und ich glaube, vielleicht kommt das wirklich daher, dass ich von dem noch geprägt bin und dann auch immer, ich musste immer so gucken, wenn ich irgendwie E-Sports-Performance, wenn ich gut abgeliefert habe, habe ich mir gerne die Kommentare durchgelesen und ich habe mir dann trotzdem auch die Kommentare durchgelesen, wenn es mal irgendwie schlecht lief. Und wenn man dann so diese ganzen Kommentare liest, das prägt sich dann so im Kopf ein. Vielleicht ist es mir sogar egal, aber irgendwo hat das trotzdem Einfluss auf mich. Ich weiß es nicht. Es ist also, ich sehe das auf jeden Fall, ich wünschte, ich hätte da schon so die Einstellung wie du, dass du das, weil so wie du siehst, so ist es auch richtig. Das würde ich gar nicht bestreiten. Also das, letztendlich kommst du darauf an, was du dir sagst und wie du dich siehst. Aber es ist trotzdem für mich manchmal echt leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht. Ich erkenne da, ich erkenne da übrigens Gemeinsamkeiten. in dem Aufmerksamkeits, also nennen wir es jetzt mal Aufmerksamkeitsding. Das habe ich auch sehr, sehr, sehr lange gehabt. Ich habe vor, vor zwei Jahren an Weihnachten, also ich bin Weihnachten immer zu Hause, immer alleine, weil ich zu Weihnachten streame. Und ich habe damit eine der schönsten Traditionen in meinem Leben geholt, die ich persönlich sehr feiere. Und wir spielen Hitman zu Weihnachten und wir treffen uns da. Und ich saß wirklich am zweiten Weihnachtsfeiertag hier und habe halt so überlegt, wo kannst du denn jetzt am Nachmittag essen gehen? Also einfach nur, um jemanden mal zu sehen, um die soziale Batterie aufzutanken. Da ist keiner. Die sind alle, also da sind welche, die sind aber alle sehr weit weg. So und dann sitzt, dann sitzt du erst mal da, oh ja, also eventuell hast du die letzten Jahre viel gemacht und hast dir dein Leben geschaffen, aber irgendwo ist da eine gewisse Komponente flöten gegangen. Und dann sitzt du da erst mal und dann kracht das erst mal so richtig in deinen Kopf rein und dann denkst du dir so, na ist es denn jetzt wirklich sinnvoll, abends Kommentare zu lesen oder ist es sinnvoll, deinen Kumpel mal anzurufen und zu fragen, wie es ihm geht? Ja, das stimmt. Um deinen Kopf vernünftig zu, ja ich sag mal, deine Gedanken zu positionieren und halt mal was Schönes zu erleben als sowas. Das stimmt. Was machst du eigentlich so jetzt mal als Tipp, gerade wenn du dich so fühlst, zum Beispiel wie mit dem Thema Kommentare, dass du die derzeit jetzt nicht so beantwortest, aber liest? Weil ich hab zum Beispiel auch oft, dass ich sag, ey ich kann das jetzt nicht. Ich hab mal eine Zeit lang wirklich auf Instagram, TikTok, überall alle Kommentare beantwortet und dann jetzt irgendwann auch wirklich so gar nicht mehr, weil ich auch dasselbe hatte, so einfach so Energie und manchmal mach ich's noch, manchmal nicht. Das ist echt so, ich weiß nicht, ist es dann, weil es heißt immer so klar, Disziplin, man kann Sachen machen, auch wenn man sie nicht machen will. Aber ich finde, manchmal bei solchen Sachen ist es schwer, ist es echt schwer, dass man da immer sagt, ich muss jetzt machen, ich muss jetzt machen, weil ich finde, damit macht man sich nur auf Langzeit kaputt. Die Frage ist halt am Ende immer, wie viel machst du denn am Tag, wenn du ehrlich bist zu dir selber? Wenn ich mir jetzt mal überlege, also jetzt aktuell zur jetzigen Zeit, ich geh morgens zwei Stunden golfen, sechsmal die Woche. Dann komm ich nach Hause, dann lese ich die Kommentare, dann mach ich solche Sachen wie mit dir, dass man Termine absprechen muss, dann rede ich noch mit einem Kader, dann ist noch Management, dann ist dies noch und das noch, dann hast du hier noch was zum Organisieren und da noch was zum Organisieren, dann musst du vielleicht Pedale abbauen, Videos vorbereiten, Skripte schreiben und so weiter und dann gehst du noch live. Ja. So, ob ich jetzt Kommentare beantworte oder nicht, naja, irgendwann grillst du ja den Kopf und das Schöne daran ist, je älter du wirst, desto mehr kennst du deine Grenzen und du merkst, wenn du dir den Kopf grillst. Du merkst, du merkst, du merkst die Vorboten, also ich merke die Vorboten, wenn ich weiß, okay, jetzt zu viel. Wenn ich das jetzt noch mache, ist das zu doll. Das ist okay. Zum Beispiel gestern war für mich ein Tag, ich hatte gestern frei, aber ich mag nicht nichts machen. Dann habe ich meine Bude aufgeräumt, habe Wäsche gemacht, den ganzen Tünn, auf den man so macht, Blumen gießen und so und dann hast du aber auch wirklich ganz genau gemerkt, okay, jetzt ist Feierabend. Jetzt legst du dich einfach aufs Sofa und dann ist Feierabend. Und diese Punkte musst du für dich selber, also sollte man für sich selber finden, wie weit man gehen kann. Weil Disziplin funktioniert bei Sport und auch ein bisschen bei deiner Arbeit und im Umgang mit Menschen, aber deinen Kopf kannst du nicht disziplinieren. Und wenn der Kopf nicht läuft, du kannst alles disziplinieren, du kannst müde sein und laufen gehen. Kannst du machen. Dein Körper macht das trotzdem. Du kannst Sport machen gehen, der macht das trotzdem. Du kannst arbeiten, das macht der trotzdem. Aber wenn hier oben der Geist nicht aufgeräumt ist, dann funktioniert der Rest nicht, weil der steuert den ganzen Scheiß. Ja, das stimmt. Und wenn du den diszipliniert kaputt machst, na, wie soll der Rest dann gehen? Das stimmt. Und wenn du halt eine Kleinigkeit wegnimmst, aber trotzdem ehrlich bist, also zu meiner Community bin ich dann in dem Fall ehrlich und sage, ey Leute, ich kann das gerade einfach nicht. Ich habe keine Gehirnkapazität dafür, das tut mir leid, ich lese es, kommt meinetwegen ins Stream, dann können wir, wenn es wichtig ist, können wir da reden. Aber ich kann gerade das nicht machen. So, bis die Zeit wieder kommt, wo es wieder geht. So. Und solange man, finde ich, persönlich immer ehrlich ist mit den Menschen und denen das versucht, vernünftig zu erklären, ist doch alles cool. Weil deine Ansicht, deine Mentalität da ist schon, wirklich. Man muss sich halt schützen. Ja. Weil wir ja alt werden. Ja, das stimmt. Ich sehe immer noch aus wie 18. Ey, du hast dich fantastisch gehalten, weil du siehst richtig gut aus. Ja, bald 26. Elf Tage noch. Oh Mann, ey. Ich habe, wo du, ich meine, bei uns ist ja die Differenz, du bist ja gerade so in der Generation, zumindest nehme ich das so wahr, deine Generation macht sich viel zu viel Stress um nix. Ja. Ja. Guck mal, jetzt sitzt du da und machst dir halt Gedanken, weil dir einer gesagt hat, du hast, weiß ich nicht, du bist ein hässlicher Popel oder so. Und dann gucke ich mir das immer an, bei dir jetzt zum Beispiel, und finde das total traurig so. Weil, überleg mal, was du alles in deinem Leben schon geschafft hast so. Ja, das stimmt, aber das ist echt, das ist echt krass, weil man nimmt das nicht wahr, weißt du, du gehst durch den Tag und du fühlst dich immer noch wie ein absoluter Niemand. So, es geht auch nicht darum, dass du jemand sein musst. Das meine ich nicht damit, dass du, dass du irgendwie, keine Ahnung, weil dann geht es ja wieder um dieses so, dass du diese Recognition bekommst von den Leuten. Aber einfach so wie du dich fühlst, als hättest du noch absolut nichts gemacht. Und so, das ist so blöd, weil ich habe jetzt zum Beispiel sechs Jahre, sieben Jahre lang Simracing auf so einem hohen Niveau ausgeführt und es war mein Leben. Und dann habe ich das so gesagt, okay, ich will mich jetzt auf was anderes fokussieren und keine Ahnung, es fühlt sich so an, als wäre das gar nicht so passiert. Ich kann mich zwar noch an alles erinnern, aber es ist so, als wäre das so irgendwie trotzdem leer, als hätte es wirklich nicht so viel bedeutet. Währenddessen hat es alles bedeutet und dann, als es so rum war, habe ich so gesagt, keine Ahnung, habe ich denn jetzt wirklich irgendwas erreicht? Habe ich jetzt wirklich irgendwas gemacht? Das ist schon krass, keine Ahnung, da macht man sich echt so, so fertig im Kopf. Wenn du das jetzt mal ein bisschen umpolst, kannst du dir sagen, du hast immer noch Hunger nach Erfolg, was wiederum positiv ist. Du hattest Erfolg, aber du möchtest gerne noch mehr, weil dein Körper mehr möchte, was ja im Grunde genommen positiv ist. Und diese, ich würde, also das ist mal eine interessante Frage für die Menschen da draußen, weil ich weiß, dass schon einige sehr gesetzte Menschen mit sehr viel Lebenserfahrung da sind. Habt ihr das heute immer noch? Weil ich glaube, das würde niemals weggehen. Weil man strebt ja, also ich glaube, wenn man, also zumindestens vermutlich, wenn man aufhört zu streben nach mehr, dann hört man auf zu leben. Ja, stimmt. Also im Grunde genommen ist das ja gar nicht verkehrt, was du für eine Lehre hast. Weil ich habe die Lehre auch, du. Kann ich, bin ich ehrlich mit dir. Das Einzige, was ich da halt wirklich so als Problem sehe, ich sehe nicht mal bei mir an, dass ich, also so rein rational, ja, ich bin rein theoretisch erfolgreich gewesen in dem, was ich gemacht habe. Aber tatsächlich in meinem Kopf ist es nicht drin, wenn du weißt, was ich meine. So, wenn ich alles objektiv betrachte, ja, ich habe, ich habe mit dem Zeug theoretisch meinen Unterhalt verdient, ich habe mir damit einen Namen gemacht, ich habe Rennen gewonnen, ich war erfolgreich, ich habe mit großen Marken zusammengearbeitet, aber irgendwo ist es so als, weiß nicht, als in meinem Kopf ist es so, als hätte ich da gar nichts. So, komisch. Was ja grundsätzlich erstmal gar nicht so schlimm ist. Vielleicht sagst du dir halt einfach, da ist jetzt gerade nichts. Nächster Schritt, weiter geht's. Du bist noch so jung, du bist 26 so. Ja, das ist krass. Und wenn, wenn du das Bedürfnis hast, also zumindest, sagen wir mal so, wenn ich das Bedürfnis habe, wenn ich etwas vergesse, schreibe ich mir das auf. Ja. Dann setze ich mich wirklich hin, mit dem Macbook auf den Schoß, mache mir einen Kaffee und schreibe das einfach mal hin. Dann schreibe ich das einfach mal runter, was habe ich jetzt eigentlich gemacht. Und jedes Mal, wenn ich so einen Gedanken habe, nehme ich mir dann dieses File, und davon habe ich echt einige, lese mir das durch und sage, naja gut, schlimm ist ja eigentlich nicht, ein bisschen was geschissen haben wir ja schon. Ja, das ist auch gut. Das hat mir auch mein Mentalcoach mal gesagt, dass ich so aufschreiben soll, so was ich alles schon gemacht habe. Ja. So auf die Sachen, was ich gut angefühlt habe und so was, wie ich mich in manchen Situationen gefühlt habe. Aber das immer abzurufen, ist so schwer. Ja. Gerade wenn es um dieses Qualifying ging, ich weiß noch, wo ich gesagt habe, es gab so manche Qualifying, es gab so ein, zwei Sessions in meiner Karriere, wo ich einfach wusste, so das ist es einfach so. Da hatte ich so viel Selbstbewusstsein in diesen Momenten. Das war brutal. Als Kind, als wirklich kleiner Junge, da hatte ich extrem viel Selbstbewusstsein. Dann im Jugendalter hat das so krass abgenommen, wegen dieser Realschulfase, wo ich dann so Selbstfindungsphase und man ist nicht da, warum ich gern sein wollen würde. Das ist irgendwie so, weiß nicht, das ist dann alles nach unten gegangen. Und ab und zu habe ich trotzdem noch so dieses Krasse, das war schon so fast, also als Kind war ich schon fast so arrogant selbstbewusst. Das war echt krass. So gerade im Fußball, ich war Torwart und ich wollte immer sein wie Olli Kahn. Ich habe mir das dann immer so vorgestellt, wie wird Oliver Kahn das machen? Und da war ich echt, ich war so ein richtiger Psycho-Torwart als kleiner Junge. Da war ich, nein, ehrlich, ich habe den anderen, den Gegnern, habe ich Angst gemacht beim Elfmeterschießen, weil ich so Bock hatte, dass die schießen, damit ich den Ball halte, damit die, er ist so krank, damit die sich schlechter fühlen, weil ich gedacht habe, so damit die sehen, ich bin besser als die. Das ist so krass. Da war ich wirklich so vernarbt darauf. Da war wirklich so dieses, ich bin besser. So im Kopf, das war brutal. Und ich weiß nicht, woher ich das hatte. Ich wollte da einfach nur der Beste sein. Mehr nicht. Und das hat gereicht dafür, dass ich wirklich so eine absolut krasse Mentalität hatte als kleines Kind. Da war ich echt, ich musste beim Elfmeterschießen, ich habe mich immer gefreut, wenn es in die Verlängerung ging, weil dann wusste ich, okay, es gab beim Hallenturnier und so noch Elfmeterschießen. Und ich habe fast jeden Elfmeter immer rausgefischt. Und ich habe auch immer noch meinen Trainer dazu gezwungen, dass er mich hat schießen lassen, damit ich dem als Torwart, dem anderen Torwart noch ein Tor reindrücke. Also da war ich echt so richtig gestört. Ich weiß nicht. Aber jetzt mal, wenn du so drüber redest, dann kennst du doch die Werkzeuge. Du hast die Werkzeuge ja. Ja, irgendwo schon. Irgendwo habe ich sie. Aber ich weiß nicht, wie ich die wieder so weiß. Vielleicht ist alles nur eingerostet, aber wie entrostet man den ganzen Quatsch? Theoretisch, indem man sich das aufschreibt und das macht. Aber wie? Wenn ich aufschreibe, so ja, okay, keine Ahnung, dieses so krasse Selbstbewusstsein. Und wie entwickelt man das dann? Wie holt man das wieder raus? Wahrscheinlich, indem du das, weiß ich, so wie Bart Simpson 300.000 Mal an die Tafel schreibst. Ich werde GT3-Fahrer und los geht's. Wie so positive Affirmations auf YouTube. Du stehst ja dann im Grunde genommen eigentlich jeden Morgen nur auf dafür. Ich habe das, ich habe das letztes Jahr habe ich das angefangen, als ich mit YouTube begonnen habe. Ja. Und das war so eine Reise über, naja, lass das mal zwei, drei, vier Monate Findungszeit YouTube gewesen sein. So. Und ich habe mit Paul, also dem Cutter, zusammengesessen und habe echt überlegt, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? So, weil ich schließe kategorisch immer Dinge aus, die mir nicht gefallen. Und dann habe ich irgendwann zu mir selber gesagt und dann saß ich da mit Paul im Gespräch und habe gesagt, Paul, wir machen einfach, wir werden der größte YouTube-Kanal, der Menschen hilft, ins Simracing reinzukommen. Und das ist egal, wie Leute mit uns umgehen werden, ob sie uns beleidigen, ob sie uns kritisieren, den ganzen Tag, wir werden immer und immer auf alles freundlich antworten, wir werden auf die Community eingehen, weil wir diese Community zu einem besseren Platz machen werden. Das ist cool. Und so stehe ich jeden Morgen auf. Also wirklich egal, was ich mit meinem Content mache, ich versuche, so gut wie es geht, Menschen zu helfen. Das ist echt cool. Und das funktioniert tatsächlich, weil das meinen kompletten Charakter auch völlig umgeworfen hat. Achso. Und das ist so, das ist halt tatsächlich mittlerweile mein Credo, wo ich sage, das färbt halt auch aufs reale Leben ab. Also ich bin zum Beispiel super sozial geworden mittlerweile, also für die Verhältnisse sozial. Ich lerne super viele Menschen da draußen kennen, unabhängig vom Internet. Ich habe noch meine Fehler, das weiß ich aber auch, aber dann schreibe ich mir das halt einfach auf, was da halt nicht vernünftig lief. Aber ich stehe jeden Morgen auf und sage, ich werde der größte, hilfsbereiteste, netteste YouTube-Kanal auf Twitch, äh, auf YouTube, auf Twitch, ja, auf YouTube, der Menschen dabei hilft, ins Simracing zu kommen. Und sei es noch so, sei es tatsächlich, also früher habe ich so gelacht über solche Fragen, wo mich Menschen fragen, was soll ich mir denn für einen Sitz kaufen? Ey, für mich ist das der beste Input. Da sitze ich hier und denke mir so, wie fühlt man sich denn jetzt am Anfang so? Was ist denn wirklich wichtig? Das stimmt. Was spielt eine Rolle? Und dann fängt das, äh, das Umdenken ja jetzt an und dann hast du ja auch eine Aufgabe hier oben. Ja, das, das ist, das ist echt krass, weil bei mir kommen ja auch oft Fragen so, ja, keine Ahnung, was für ein Lenkrad oder dies oder das und da, meistens denkt man sich da gar nicht so viel dabei, aber theoretisch ja, von, von der Perspektive, so jemand, der neu ist und sowas, da ist es schon extrem hilfreich, ja. Eben, und wir blenden das immer aus. So viele, so viele Dinge, ne, also wenn jetzt, deswegen unterhalte ich mich zum Beispiel super gern mit alten, älteren Menschen, ältere, die schon Lebenserfahrung haben, weil die können dir so viel Zeug erzählen, die wissen das halt einfach, weil die das, die haben das so automatisiert schon in ihrem Körper drin, also, die geben dir das halt einfach mit. Das ist noch zehnmal besser als Bücher lesen und dann ändert sich halt irgendwann auch das, also für mich, sagen wir mal so, für mich hat sich das Leben geändert, und ob das jetzt bei dir funktioniert, weiß ich ja nicht, ne? So, aber. Ah, das ist schon cool, also wirklich, da merkt man, du hast echt extrem viel Erfahrung, egal welchen Bereich eigentlich. Du machst jetzt schon 15 Jahre. Zwölf. Zwölf. Und das hat zwölf Jahre jetzt Streaming oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich hab zwölf Jahre gestreamt, ja, genau. Und dann, also davor gar kein YouTube, dann außer jetzt, wo du es jetzt hast? Nee, nicht wirklich, gar nicht. Wie lange hast du jetzt den YouTube-Kanal? Also, der ist schon sehr, sehr alt, aber aktiv seit letztes Jahr Mai. Krass. Das ist echt mega, warte mal. Will da grad nochmal draufgehen? Dizzy. Sagt man das auf Dizzy so? Jaja. Okay. Ich bleibe da nämlich immer unsicher. Simracing, Simrack hier. Cool, ey. Mega, ey. Also, das find ich cool, wenn man das so weiß mit der Message. Das ist saugeil. Cool. Also, vielleicht, ich weiß es ja nicht, wie es bei dir ist, wenn du jetzt gerade so diesen, also, ich kann dich gerade sehr gut verstehen, ne? Also, ich kann in deinen Kopf quasi mit reingucken und weiß, was da gerade abgeht. Ja, das ist krass, weil wenn du das eh schon alles durchgemacht hast, dann weißt du so genau, wo ich jetzt stehe und... Ja, weiß ich. Das ist so krass, weil man ist da immer, das ist, gerade mit diesem Simracing, man ist da so im Perfektionismus, weil es immer um diese kleinen Millisekunden und Millimeter geht, dass man echt, ich bin, gerade vorhin, jetzt, bevor wir einen Podcast aufgenommen haben, rate mal, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich bist du gefahren. Naja, also, also, volle Punktzahl, aber die Frage ist nicht, wie ich gefahren bin oder was ich gefahren bin, sondern, warum? Weil ich, ich fange jetzt gerade wieder mit iRacing an. Ja. und ich habe hier gerade neben mir eine komplette Hüte an Bremsklötzen von meiner Bremse. Ja. Und bin am rumtüfteln, um zu gucken, wie ich eine smoothere, so Trailbreaking hinbekomme. Mit welchen Klötzen, was muss ich machen, welche Einstellung. muss man überlegen, das ist meine Vorbereitung auf so einen Podcast, dass ich mir denke, okay, ähm, ich muss irgendwie schneller werden. Ich muss irgendwie, ich muss da noch was nachbessern. Ich muss da noch immer, wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich diese Bremsklätze ausgetauscht habe, während ich noch eSports gefahren bin. Wirklich so, habe ich gedacht, hm, ja, vielleicht, weil es gibt bei den Funatec V2-Pedalen, die wir im eSports benutzt haben, da gibt's, ähm, drei Härtegrade. Einmal die 65er, die 75er und die 85er. Und dann gibt's auch zwei Federn, eine blaue, die ist weich und eine schwarze, die ist hart. Und man kann theoretisch auch die Feder rausmachen und dann nur diese Klötze drin haben. Dann, wie kombiniert man die Klötze? Wenn man zwar nur 75er, nur 85er, dann ist halt komplett hart. 65er für mehr Travel. Was macht man genau? Dann gibt's wieder dieses Breakforce, wie viel muss man denn reindrücken, ob man wirklich 100% reindrücken muss, was das Pedal, äh, ermöglicht, von der Kilogrammanzahl oder macht man da weniger und wirklich jeden Tag irgendwas rumgedrückt und so. Ach, die Pace passt hier grad nicht. Deswegen, ich verändere hier mal, keine Ahnung, den Dämper am Lenkrad. Weil hier irgendwie die Inertia, die Friction, ähm, was mach ich mit den, mit der Force Intensity und sowas. Ey, die ganze Zeit, du bist nur am Denken so, okay, liegt's jetzt vielleicht daran, liegt's daran, vielleicht ist es gar nicht so kompliziert und man, man überdenkt einfach alles. So ist ja auch selber gesagt, also unsere Generation irgendwie, also der, aus der ich komm, da sitzen und alles krass überdenken. Wirklich alles. Es gibt ein witziges Meme im Internet. Einfach mal raus hier und ein bisschen Gras anfassen. Ja, das, das wird helfen. Aber jetzt mal... Gamer Kammer, wirklich. Ich hab, ich hab, ich weiß nicht, wieso ich gedacht hab, als 14-jähriger Junge, wo wir umgezogen sind, dass es schlau ist, eine Wand schwarz zu streichen. Meine eine Wand Richtung Bett, die ist komplett schwarz, aber ist egal, der Rest ist weiß. Dann, mein Rollladen ist unten, ich hab einen grauen, grauen, ähm, Vorhang, ich hab einen schwarzen Holztisch hier, ich hab einen dunklen Sim, meine Monitore sind schwarz, alles andere ist auch dunkel, da hinten sind graue Sachen, da ist eine rote Box, Fenster ist schwarz, Fenster Tisch ist schwarz, mein Schrank ist schwarz, mein Stuhl ist schwarz, es ist wirklich, es ist einfach eine dunkle Kamera. Jetzt mal wirklich, putter bei der Fische, du bist 26, Marcel. Du hast doch nicht mal, du hast gerade mal ein Drittel deines Lebens rum. Ja, das stimmt. Du hast ein Drittel deines Lebens rum. Woher sollst du das denn wissen? Ich hab keine Ahnung. Siehst du? Eben. Ey, das, also wirklich, woher? Oh Mann, ey. Also ich kann dir sagen, mit 39 meine Bude sieht aus, als wenn ich in meinen Zwanzigern lebe, so. Und ich hab davon immer noch keine Ahnung. Und weißt du, was ich tue? Ja. Ich ruf meine Mutter an. Ey, Mama, hallo, ich bin 39, hab keine Ahnung, wie meine Bude einräumen, könntest du mir dabei helfen? Ey, das juckt mich auch gar nicht, weil die weiß das halt, die ist schon 30 Jahre vor, so. Na klar weiß sie das, so. Ja, das stimmt. Aber also jetzt mal wirklich, warum machst du da so ein Heckmeck? Lebe doch einfach mal dein Leben so. Ja, also wirklich, das ist wie so eine Therapiesetzung mit dir. Lebe mal dein Leben so. Geh mal raus, fass mal Gras an. Wie gesagt, das, das, das Schönste, also das Schönste ist wirklich, wenn du dich darauf berufst, die, also du hast ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen und deiner Familie geht's gut. Ja, das stimmt. Alles andere ist irrelevant. Ey, ob du die Bremse, letztendlich ist es so. Ob du die Bremse noch 300 Mal einstellst, morgen wird's halt auch nicht besser werden. Oder jetzt gerade in dem Moment. Wenn ich überlege, wie oft ich damals, als ich noch Counter-Strike gespielt habe und, die Sensitivity. Genau. Wie oft du deine Sensitivity umgestellt hast. Aber du hast halt, das mache ich ja auch. Du hast aber in dem Alter keine Ahnung gehabt, dass, dass deine Tagesform immer mal eine andere ist. Du kannst halt einfach, den einen Tag hast du eine lose Hand und den anderen Tag hast du halt einfach eine feste Hand so. Ja. Oder dass man, du kannst halt auch nicht immer gute Tage haben. Ja, das stimmt auch. Das geht halt auch nicht. Manchmal hat man halt einfach einen Dreckstag, wo Dinge passieren, die du nicht beeinflussen kannst. Aber trotzdem kannst du in dem Tag immer noch gut leben. Aber du musst es halt akzeptieren, dass du es nicht ändern kannst. Das ist so lustig, ehrlich. Wenn man sich das so alles anhört, ja, eigentlich, man überdenkt einfach alles. Ich bin ein krasser Overthinker, ehrlich. Das ist eine meiner größten Schwächen. Ich mache mir zu viele Gedanken. Es ist keine Schwäche. Ja, schon. Ja, schon. Also, da mache ich mir immerhin nicht zu wenig Gedanken. Lieber zu viel als zu wenig. Aber gleichzeitig, ich mache mich damit selber irgendwie kaputt. Schreibt dir das doch, also jetzt wirklich ohne Scheiß, schreibt dir das einfach auf und dann ist gut, mach Haken ran. Am Ende musst du dir immer die Frage stellen, ändert sich jetzt gerade daran irgendetwas, wenn ich das mache? Das ist wirklich so eine Frage, wenn es losgeht, bei mir ist es immer, kann ich, also ändert sich jetzt gerade was? Zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen Sport mache und ich kriege irgendeine Hiobsbotschaft rein. Also kann ja alles mal passieren. Dann sitze ich wirklich aktiv da, halt kurz inne und sage, kann ich jetzt daran was ändern? Also lohnt es sich jetzt maximal Till zu sein? und den Moment, in dem ich gerade bin, nicht zu genießen? Oder mache ich das nach dem Sport, bin runtergekommen, habe einen klaren Gedanken, weniger Fehlerquote und kümmere mich dann darum. Wenn du es aktiv in der Situation nicht ändern kannst, dann ist es egal. Ja, das stimmt. Wie gesagt, du wirst noch älter so. Das ist doch alles gar nicht schlimm. Ist es wirklich nicht. Das ist krass. Also wirklich, ich feiere das gerade voll. Also ich habe gehört, wir quatschen so ein bisschen, aber ich habe nicht gedacht, dass wir da mit dem Gespräch hingehen. Ich feiere es voll. Das war, also ich habe das nicht angeleiert. Ich bin nur auf das eingegangen, was du gesagt hast. Ich glaube, die Leute schalten ein und denken, oh okay, was haut der Kiefer alles für E-Sports-Stories raus. Ja gut, das hast du ja tatsächlich schon gemacht für über eine halbe Stunde. Weißt du, das Einzige wirklich, was ich, ich meine letztendlich in 100, 200 Jahren, Kai wird sich mehr an uns erinnern. Egal, was wir machen. Selbst ein, keine Ahnung, Lewis Hamilton, die Leute werden seinen Namen kennen, aber letztendlich, wer er wirklich war, weiß kein Schwein mehr. So ist es einfach. Aber trotzdem, das Einzige, was ich wirklich, was ich schon immer wollte, gut, abgesehen von demselben, für mich, dass ich ein echtes Rennauto will, das Einzige, was ich will, ist, meine Mutter in Rente schicken und mir keine Gedanken über Geld machen. So einfach dieses, weil ich finde, Geld ist so ein Stress. Ich glaube, das ist für jeden so. Egal, was man arbeitet, dieses Thema Geld, es verfolgt einen das ganze Leben irgendwie. Außer, wenn man wirklich an einem Punkt ist, wo man sagen kann, okay, keine Ahnung, mich juckt dieser ganze Luxus nicht. Klar, ich habe mal gern Klamotten, die ich feiere und sowas. Und, ähm, ich mag auch Essen. So meine Sache, für die ich gerne Geld ausgebe, ist Essen. Essen ist einfach das Tollste auf der Welt. So abgesehen vom Racing. Ähm, aber, so das Einzige wirklich, was mich richtig glücklich machen wird, ist, glaube ich, echt, meine Mutter in Rente schicken. So, gut, die hat jetzt auch nicht mehr so viele Jahre. Ich glaube, noch zwei, drei Jahre. Aber, bis dahin wird es schwer, aber gut. Ja, wie du kannst dich sonst hinlegen, so, jetzt geht es ab in die Rente. Fahr zwar nicht ich, aber viel Spaß, so. Ziel da rein. Keine Ahnung, so mal ein Haus der kaufen, ein Auto, einfach zurückgeben. Das, das ist sowas, was mich extrem glücklich machen würde, aber gut. Dafür muss ich auch wieder irgendwie erstmal, das ist blöd, man muss sich erst immer auf sich selber fokussieren, damit man dann anderen helfen kann. Oder? Oder liege ich da falsch? Absolut gar nicht. Und das checken die meisten Leute leider nicht. Das checken die meisten Leute leider nicht. Eigentlich ist es doch so, oder? Ja. Du musst dich wirklich, du musst eigentlich ein bisschen egoistisch sein, auf eine gewisse Form. Nicht ein bisschen. Eigentlich voll, ne? Ja. Und das ist halt auch nicht schlimm, also, es ist nicht schlimm. Guck mal, jetzt hab ich wieder gesagt, man muss eigentlich, weil ich wieder so unsicher bin dabei, das zu sagen, während du sagst, naja, nee, man muss, so, weil dir ist es egal, wenn da jetzt jemand in den Kommentaren hockt und sagt, nee, muss man nicht. Was laberst du für ein Müll? Pass auf. Ich wollte da jetzt nicht, ja. Ja, mach du, mach du. Ich will nicht direkt wieder irgendwie, dass irgendjemand denkt, so, keine Ahnung, was für ein Arsch. Also, dich werden Menschen, es gibt, also, ich hab mal mit einer meiner Moderatoren, schöne Grüße, ich ihn raus und verdient, eine sehr lange, also wirklich für bestimmt ein Jahr lang, also, ich nenn's mal eine kleine Diskeprenzgabe, weil ich immer gesagt habe, niemand in diesem Leben wird jemals für dich da sein. Nur du selber. Du wirst jeden Morgen selber aufstehen und du wirst jeden Abend selber schlafen gehen und du wirst auch alleine sterben. Egal, ob du einen Ehepartner hast oder nicht, dein Körper macht die Augen auf und kommt zurück in den Tag. Niemand anderes macht das. Dein Mann kann dir deine Augen nicht öffnen, vielleicht kann jemanden in den Rollstuhl reinheben, aber du wirst jeden Tag für dich alleine aufwachen, alleine schlafen gehen und du wirst alleine sterben. Und Menschen vergessen, also habe ich zumindest oft das Gefühl, Menschen vergessen sich selber. Die gehen komplett für andere Leute auf, aber machen sich selber kaputt. Und sie tun nichts für sich selber. Guck mal, du jetzt zum Beispiel, du sagst ja jetzt, okay, ich möchte Mama an die Rente schicken und ich möchte mir irgendwann kein Geld mehr, keine Sorgen um Geld machen. Ja. Beide Sachen haben nichts mit dir selber zu tun, außer, dass du mehr machen musst, aber du kümmerst dich nicht um dich. Ja, stimmt. Wie wäre es denn mal zu sagen, also das, es kann ja ein übergeordnetes Ziel bleiben, so, das ist ja alles nicht so schlimm, aber wie wäre es denn, wenn du dir jetzt sagst, ich werde jetzt das Leben mehr genießen, in vollen Zügen. Das heißt ja nicht, dass du nicht, nicht arbeiten musst, oder dass du nicht an deinem Ziel, oder, ne, dass du an all diesen Sachen nicht arbeitest, aber dass du sagst, im Kopf, du stehst auf, heute ist es, heute ist der Tag, und dass das wirklich konstant durchweg so ist, bis auf Tage, wo man, weiß ich, keine Ahnung, irgendwas hat, kann ja jeder mal haben. Ja. Also merkst du schon, wie das Denken einfach, also nur Denken ändert schon super viel. Ja, das ist schon krass. Eigentlich alles meinst du, letztendlich kommt alles wieder aufs Hirn zurück. Ist so. Oh. Das ist halt einfach. Das ist immer dasselbe. Das ist eigentlich alles wirklich. Man kann so viel ändern, wie man denkt. Manchmal bin ich echt so, keine Ahnung, dass ich wirklich da sitze, und mich frage so, ja, kann man denn das wirklich alles so richtig beeinflussen? Aber gleichzeitig, ich weiß auch noch, wo ich so 16, 17 war, da habe ich mir immer solche Motivationsvideos reingezogen, und ich hatte so einen Tatendrang. Gut, aber ich finde diese Motivationsvideos, die sind eben wie so ein Dopaminschub, dass man was macht, aber auf Langzeit nicht wirklich, was, aber trotzdem hat mich das dann manchmal, so auf Langzeit, hat mir das so eine Mindset gegeben, dass ich wirklich, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, und so, es hat sich nicht mal schwer angefühlt, es war einfach, ich habe halt permanent Sachen gemacht. Es ist alles wirklich Kopfsache. Ja. So ein Video theoretisch, braucht man theoretisch auch nicht. Ja, ne. Eigentlich braucht man wirklich nur irgendwie die richtigen Gedanken. Mann, oh Mann, ey. Vielleicht muss ich auch mal besser schlafen, vielleicht hilft das auch. Ich kann wirklich nicht einpernen, ohne dass ich mein Handy mal weglege. Ich bin so ein, ich muss immer irgendwas machen. Es nervt mich so. Das würde ich dir auch, äh, ans Herz legen. Habe ich auch mit angefangen. Und es schläft sich einfach so viel besser. Das muss krass sein, aber ja. Und regelmäßig, also Regelzeit, also wirklich sehr regelmäßig, äh, schlafen. Regelmäßig um, okay, ich gehe um elf in die Kiste, um halb zwölf ist das Licht aus und dann schlafe ich. Ja. Stellst du dir einen Wecker? Nö. Ich stehe von alleine pünktlich auf. Das ist auch eine Qualität, ne? Positiv, positiver Nebeneffekt. Bist du hier, so Team, ich scroll den ganzen Tag? Ja? Swipey, swipey? Äh, mittlerweile ja, ja. Leider. Also, falls ich dir mal eine Hausaufgabe mitgeben dürfte, mach das mal eine Woche nicht. Ich habe vor ein paar Tagen mal Twitter gelöscht, dann habe ich es mir wieder runtergeladen, weil ich gedacht, scheiße, wir haben ja auf Twitter geschrieben, ne? Ja, aber kannst du ja auch einen Browser machen. Stimmt, aber gestern war ich unterwegs, deswegen habe ich die App echt gebraucht. Ich hatte meinen Laptop nicht dabei. Da habe ich es mir wieder runtergeladen, aber da habe ich dann wieder Twitter gelöscht, weil ich dachte, ich poste eh das so wenig derzeit. Und diese App, die ist einfach nur toxic. Die halte ich nur von Sachen ab. Aber dasselbe müsst ihr mit Instagram machen. Gut, aber bei Instagram weiß ich nicht, wie man postet auf dem Browser. Geht das? Ja, geht. Kann man echt mittlerweile? Ja. Reels und alles? Ja. Krass, okay. TikTok auch? Äh, ja. Okay, dann muss ich es vielleicht echt mal löschen. Geiß, ey. Lies mal mal ein Buch. Lies mal mal ein Schlafen. Ja, das wäre mal gut, ne? Ich habe früher, ich habe lesen, und ich kann überhaupt nicht lesen. Also wirklich, ich bin der schlechteste Leser, aber du, manchmal gönne ich mir einfach ein Buch, wenn ich nicht K.O. bin. Und liest einfach mal fünf Seiten und dann geht's ab. Ey, du wirst so ohne Scheiß, ne? Ich will das ja den Leuten, das ist halt wieder so, ich bin kein guter Content Creator, weil ich bin gerade super kontraproduktiv, also weil ich mir selber meine eigene Fanbase, äh, sag ich mal, in Anführungsstelle kaputt mache, aber mir ist das Seel, also mir ist wirklich das Wohl meiner, meiner Zuschauer, beziehungsweise Menschen aus der Community wichtiger, als ob ihr mir jetzt fünf Mann bei Instagram folgt, ehrlich. Aber lasst, packt jetzt, packt jetzt vielleicht einfach mal weg für eine Woche. Einfach mal für eine Woche wegpacken und mal wirklich aktiv am Leben teilnehmen. Jede Kippe, falls ihr raucht, jedes Wasser, jedes Essen, wirklich das so wahrnehmen, wie es da steht. in dem Moment. Einfach mal auf den Balkon setzen und was trinken und nichts machen. Das muss schon krass sein, ey, so ein Dopamin-Detox von ganz Social Media, ey. Das ist es nicht mal, weißt du, was total witzig ist? Auch ein scheiß Vogel, der draußen rumflattert, gibt dir genau dasselbe. Ja, okay. Aber nicht in so einem heftigen Schub, sondern echt, also wirklich, ich sitze draußen, zum Beispiel beim Golfen ist das so, da rennt immer so eine Truppe Gänse rum. Innerlich soll ich den hier jeden Tag guten Morgen. Ey, grüßt euch bei euch, schön, dass ihr auch wieder da seid. Und dann lache ich einfach, weil ich das schön finde. Dafür bräuchte ich kein Reel oder irgendeinen Kommentar, sondern das ist ja da draußen in der Welt. Ja, das ist schon echt krass, wie das einen abhängig macht, ne? Ja. Ich hab auch vor ein paar Jahren noch gesagt so, ey, dieses ganze TikTok-Scheiß-Zeug, diese dummen Shortform-Videos, es nervt so. Keine Ahnung, die Aufmerksamkeit spannend, bei mir ist es mittlerweile auch so. Das ist, ey, ehrlich. Ich hab noch so gesagt, vor allem, ich bin mir aber darüber bewusst, das ist das Problem, ich bin mir darüber bewusst, dass ich da auch drunter leide, dass ich auch ein Opfer geworden bin, dass ich einfach wirklich diesen Shortform-Content, ich sehe ein langes Video, weißt du, du schaust dir an und dann siehst du, aber gleichzeitig noch, bist du noch so am Scrollen und siehst, da ist ein Shortform-Video davon und dann klickst du da vielleicht doch noch drauf, weil du denkst, naja, ist kürzer. Also es macht ja rein theoretisch Sinn, dass wenn in einer kürzeren Zeit dir dieselbe Information gegeben werden könnte, dass du dann eher das kürzere Video anziehen würdest. Du würdest ja nicht extra was reinziehen, was doch extra lang gezogen ist, nur weil es lang ist. Aber wenn du es dir nur anziehst, weil du eigentlich, du hast keinen Nerv auf das lange Video, dann ist da irgendwie was falsch und das hatte ich früher nie. Krass. Das ist echt krass. Ja, ich muss echt mal, also warte mal ey, also das schockt mich jetzt echt, dass man, hä, man kann das echt auf Insta mittlerweile machen? Ja. Wie krass ist das denn? Ja gut, dann habe ich keinen Grund mehr. Dann brauche ich nur noch einen Laptop und deinen Laptop auch wieder schließen. Ah ja, Create, krass. Post. Alter, das geht ja echt. Ja, tatsächlich umgebaut, ja. Wie cool ist das denn? Auch Stories? Also, das kann ich jetzt gerade, also theoretisch sollte da alles drunter sein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher jetzt. Aber ist cool. Also ich meine, für Stories habe ich meins auch drauf, so. Aber da ist halt wieder Disziplin, so. Ja, das war einfach wirklich nur zum Posten und mehr nicht. Also ich meine, ich gucke mir Reels auch an, also da möchte ich nicht sagen, dass ich da völlig befreit bin. Bei mir kommen Golf-Memes den ganzen Tag, die erheitern mich auch, aber ich sitze jetzt nicht zwei Stunden, Alter, und schiebe da permanent durch, so. Also wenn ich jetzt auf Reels gehe, das Erste, was mir angezeigt hat, wieder auf dem PC, na gut, wenn es laden wird. Okay, es wird anscheinend nicht laden. Naja. Insta broken, ich weiß nicht. Du hörst mich noch, ne? Ich höre dich noch, ja, ja. Ja gut, dann weiß ich nicht, was los ist. Gut, dann kann ich es jetzt gerade nicht gucken. Vielleicht will mir gerade Insta aussagen, schau dir jetzt keine Reels an. Das hätte mich jetzt echt interessiert, was da kommt. Aber ist das nicht auch egal, was da kommt? Ne, weil es mich echt mal interessiert, was ich für konnte, die ganze Zeit schau so. Weil ich glaube tatsächlich, bei mir kommt auch so voll viel Motivation, ich speichere mir voll auf solche Motivation, Mindset-Dinge. Ja. Und deswegen denke ich so, naja, dann kann es ja nicht so schlimm sein, wenn ich mir die Sachen ansehe, weißt, wenn der mal kommt, verhalte dich so, mach dies, denk so, mach das. Aber gleichzeitig, wenn du dir das anziehst, machst du genau gar nichts davon. Meinst du nicht, dass dich das genau in die andere Richtung bewegt? Vielleicht? Ich glaube ja, jetzt wo du es sagst, ja. Doch, safe. Er muss ja eigentlich. Vor allen Dingen, also jetzt mal als Vergleich oder zumindest als Gedankengang, du guckst dir ein 30-Sekunden-Video an. Ja. Wo dir einer das runterprabbelt. Ohne Erklärung, warum und wieso. Das heißt, du nimmst einfach Gott gegeben hin, was dir einer in 30 Sekunden sagt. In drei Sätzen. So, jetzt überleg mal, du würdest dir ein Buch durchlesen und du hättest das, was der dir in in 60 oder 30 Sekunden erklärt hat, hättest du ausführlich mit Beispielen und allen Gegebenheiten drumherum auf 15 Seiten erklärt. Was wird wohl mehr in deinem Kopf hängen bleiben? Das Buch. Shortform ist nicht dazu da, dass das in deinem Kopf bleibt. Naja, es geht da rein, da raus. Richtig. Beziehungsweise, du hast es vielleicht dann für die nächsten fünf Minuten und dann aus dem Nichts kommt vielleicht irgendwie, was weiß ich, eine Freundin, ein Freund vorbei, der redet über das und dann hast du es schon wieder komplett vergessen. Du wirst dich nicht mehr dran erinnern. Weißt du, kennst du dieses Saved-Feature, dass man so speichert, solche Videos für später gucken oder wenn man die gut fand? Ich habe so viele Videos gespeichert. Es ist auch auf YouTube. Du kennst doch das Feature später ansehen. Ich habe da hunderte von Videos drin. Ich habe mir noch nie eins angesehen. Echt nicht? Ja. Also, bei Instagram habe ich so geile Kochrezepte drin, die ich ausprobieren will. Ja gut, das ist cool, aber ich habe da wirklich so viele Motivationsdinger, dass ich mir sage, boah, das fand ich jetzt richtig geil, das will ich mir später nochmal so reinziehen oder so oder wenn ich es irgendwie brauche kann, das vielleicht, ja, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt solche Watchlater gehe auf YouTube, wie viele habe ich, 365 Videos. Okay. Ja. Und ich glaube, tatsächlich, vielleicht ist es bei dir nicht so, aber ich bin mir ziemlich sicher, einige, die zuhören und da draußen, bei denen ist es wahrscheinlich genauso. So hier, Gymroutine, ich habe da mal Fitness, dann irgendwelche Motivationsdinger, wie Fitness, irgendwas mit Brainrot is holding you back, this idea will make you unstoppable, weißt du, so ein Zeug. dann schaue ich mir das einmal an oder manchmal denke ich so, oh, jetzt habe ich keine Zeit, ich schaue es mir später an und ich schaue es mir dann später nicht an. Ich habe 365 Videos da drin. Was zur Hölle. Hast du zufällig, weiß ich nicht, Menschen in deinem Umfeld, also Freunde, Kumpelien, die in den 30ern, 40ern unterwegs sind? Tatsächlich ja. So, pass mal auf. Und du hast auch welche in deinem Alter, ja? Jaja. Okay. Jetzt überlege mal, wie viel du und deine Freunde in deinem Alter diese Sachen konsumieren, die dir ja angeblich helfen sollen und wie viel die etwas Älteren davon konsumieren, die schon, denke ich mal, ein gesetztes, vernünftiges Leben führen. Ja, das, da muss schon ein großer Unterschied sein. Weißt du, ich glaube auch tatsächlich, für die Leute, die jetzt, bis jetzt noch zuhören, die merken locker einen Unterschied, wie du redest, wie du von der Art, ich bin so krass, weiß nicht, ich bin so ein Duracell-Hase auf Red Bull oder sowas, keine Ahnung, ich, 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 bringe von einem zum anderen Punkt, so wie so ein, keine Ahnung, irgendwie, ich kriege es manchmal nicht mal in Borde gefasst und du, du bist so voll gelassen und kommst von einem in den anderen Punkt, so, bei dir ist so wie so ein, ein ewiger roter Faden, bei mir ist kein roter Faden, bei mir ist so, das sieht aus wie der Dax, das geht rauf, runter, rauf, runter, die ganze Zeit irgendwie, wie Bitcoin oder sowas, keine Ahnung, das, weiß nicht, bei mir ist kein roter Faden, bei mir ist das wirklich ein, Gebirge, aber dann hast du doch für dich vielleicht was, was erkannt, so, dann nimm das doch mit, siehst du, guck mal, jetzt kannst du dir, jetzt kannst du dir, und das ist das, was ich halt vorhin noch zu dir meinte und gesagt habe, jetzt kannst du dich mit mir anderthalb Stunden unterhalten oder du guckst dir in fünf Sekunden Real an, das stimmt, und ich gehe, weißt du, wie viele trotzdem sagen würden, sie nehmen das Real lieber, weil sie nicht so viel Zeit aufwenden wollen, also auf, aufgrund der Tatsache, und damit möchte ich niemanden persönlich angreifen, der Mensch sagt relativ häufig, er habe keine Zeit, nehmen wir einfach, ich auch, ich hebe meine Hand, ja, und ich gehe davon aus, du hast Zeit, sehr viel, ja, sehr viel, weil wenn du eine halbe Stunde, dein Scrollen wegnimmst, oder was auch immer, ne, das, das ist alles überhaupt nicht schlimm, weil es menschlich ist, man muss nur halt einfach für sich, zu sich selber ehrlich sein, ne, wenn man jetzt sagt so, ey, ich habe keine Zeit für Sport, fast in jedem, also fast in jedem Alltag, wird man Zeit dafür finden, es gibt, es gibt wirklich, und, äh, das beziehe ich jetzt nicht nur auf ein Geschlecht so, aber es, also es gibt Eltern, da sind die Tage einfach gerammelt voll, also die sind wirklich von oben bis unten geschissen voll, und selbst die kriegen das noch hin, so, ja, das stimmt, und das sind immer die Beispiele, wo es halt irgendwie dann auch geht, was wir halt durch Social Media, glaube ich, verlernt haben, ist einfach mal die Realität zu sehen, so, nicht je, du gehst nicht jeden Tag, zehn Stunden ballern, machst eine Stunde Sport, bist noch der geilste Partner für deinen, deinen Lebenspartner, und lebst dann noch deinen Traum, kommen wir in der Realität anders, Quatsch, das ist halt, musst du Kompromisse finden, oder du musst irgendwas streichen, genau, und es gibt halt nicht, jeder Tag ist nicht so wie der, wie der andere, und Social Media lebt ja aber immer vor, dass jeder Tag immer 200% produktiv ist, jeden Tag, ja, jeden Tag, das ist so toxic, ehrlich, das macht dich so kaputt, natürlich würden einige bestimmt diesen Content konsumieren, und besser finden, wenn er kurz ist, weil Menschen darauf durch den Content ja konditioniert werden, kann dir aber sagen, ich gehe ganz stark davon aus, dass die Antwort jetzt gleich sein würde, im Großteil meiner Community wird dir sagen, nö, ich gucke mir gerne 30 Minuten Review an, weil ich mache mir nebenbei einen Kaffee, und dann setze ich mich irgendwo hin, und dann genieße ich halt einfach die 30 Minuten, die ich da habe. Das glaube ich, also ich glaube wirklich so, es gibt so manche Communities, da ist echt, zum Beispiel bei mir, ich bin zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, weil das, da würde ich ja auch sagen, dass ich meine Community nicht schätze oder sowas, nee, das ist nicht, ich persönlich, ich schätze jeden Einzelnen, der mich guckt, auf irgendeine Weise, weil ich mir einfach denke, so alter, krass abgefahren, es gibt doch Leute, die mich sehen wollen, es gibt Leute, die Interesse an mir haben, an dem, was ich mache, und es gibt auch Leute, denen helfe ich sogar damit, wo ich nicht mal verstehe, wie, das kann nur sein, dass ich nur, keine Ahnung, ein blödes F1-Karriere-Video mache, oder irgendwie im Stream irgendeinen Quatschler, aber letztens hatte ich es mal darüber, so über, gerade dieses ganze Mentale, dass eigentlich, ländlich egal, was man heute macht, ist egal, in ein paar hundert Jahren, juckt es wirklich keine Sau mehr, es ist einfach so, ich meine, guck mal, wie viele Generationen, aus unserer eigenen Familie, kennen wir da noch, wirklich kennen, nicht nur den Namen, und meistens nicht mal den Namen, also bei mir zum Beispiel, ich kenne meine, bis zu meiner Oma, kenne ich, ich weiß, es gibt viele, die kennen auch so, Uroma, und dies und das, aber ich würde mal, schwer davon ausgehen, keiner kennt noch irgendjemanden, aus der Familie, so von 1800 irgendwann, ne, also ich nicht, deswegen, und das sind ja, dann haben wir es gerade, so von diesen 100, 200 Jahren, bei mir ist so, bei mir hört es bei der Oma auf, ich kenne nicht mal meinen, meinen, meinen Opa, ich kenne von der einen, ich kenne wirklich von beiden Familien, von meinem Vater und von meiner Mutter aus, nur, die Oma, mein Opa ist verstorben, wo ich noch zu jung war, da, ich war schon auf der Welt, aber ich kann mich null an ihn erinnern, und der andere Opa, den habe ich nie kennengelernt, weil er so nie in der Familie so mit drin war, der hat sich so von der Familie distanziert, und selbst darüber hinaus, keine, keine Sau, wirklich, ich weiß nichts über meinen, so, Heritage, wer da wirklich war, und, deswegen, keine Ahnung, ich finde echt, manchmal, rede ich eben auch so drüber, man macht sich viel zu viele Gedanken, während ich auch der bin, der sich viel zu viele Gedanken macht, weißt, ich gebe Tipps, über Sachen, wie man, so, eigentlich so, ey, es ist so hirnrissig, macht nicht so einen Kopf, Leute, und die sagen, ey, so, Marcel, danke, 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 du hast recht, und dann, danach merke ich so, wieder, wann gibst du dir mal selber Tipps, wirklich, nee, es ist so, es ist echt so, ich hocke dann da und frage mich so, ja, schön, jetzt hast du es denen beigebracht, wann bringst du es dir selber bei, wann kommt der Punkt, kriegst du es irgendwann mal hin, dass du es dir selber auch, nicht nur sagst, weil das Dumme ist, so viele Sachen, die ich sage, nehme ich wahr, aber anscheinend nicht ernst, hast du Menschen, mit denen du solche Konversationen führst, wie jetzt gerade, nein, ja, dann wird es Zeit, immer nur ich selber, ich hoc immer vom Monitor und reden mit mir selber, dann wird es Zeit vielleicht, weil dadurch, dadurch nimmst du das ja auch wahr, ja, das stimmt, also, bei, also in meinem Freundeskreis gibt es eine Feedback-Schleife, also es ist halt wirklich, selbst mit Paul, wenn, wenn wirklich mal brach ist irgendwie und Kopf nicht aufgeräumt ist, sitzt Paul da mit mir, eine halbe Stunde, dann unterhalten wir uns, ich sage ihm alles, was los ist, er gibt mir seine Sicht der Dinge und dann räumt sich der Kopf einfach von ganz alleine wieder auf und das macht, mit Menschen, also ich, was halt, man kann das, glaube ich, nicht so verallgemeinern, äh, ich habe, sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, dass viele Leute das nicht mehr machen, also es wird halt über das nächste Meme 3000 und den Pimmelpins 5000 im Internet gesprochen, aber sich wirklich mal hinzusetzen und ein ganz tief, mit einem Gespräch mit absolut Tiefgang zu führen, das findet kaum noch statt. Das stimmt. So, wenn du jetzt, und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, also es ist tatsächlich mein Lieblingsbeispiel, in der Datingwelt wird immer gesagt, ich lege ganz viel Wert auf Deep Talk. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was Deep Talk überhaupt bedeutet. Ja, ja, ja. Und da reden wir nicht darüber, ich will jetzt über Politik philosophieren oder über, über, ähm, über das Sein der Welt, sondern Deep Talk bedeutet ja mehr oder weniger, dass du jemanden in dich reinlässt und deine Gedankenwelt mit dem teilst. Deine Struggle, deine Gedanken, egal was. Genau. Positiv, negativ. aber ich philosophiere auch gerne über das Weltall. Ja, natürlich, also, da möchte ich gar nicht, da möchte ich gar nicht von, von, äh, absprechen so, aber Menschen, ich hab, also, wie gesagt, ich nehme das relativ häufig wahr, Menschen öffnen sich nicht mehr. Ja. Und wie soll es denn besser werden, wenn du nicht mit jemandem darüber redest? Ja, das stimmt. Ich denke, ich weiß nicht, es ist auch so ein bisschen, selbst so eine, toxische Eigenschaft, die ich hab, dass ich, ich hab so das Gefühl, ich will immer alles alleine meistern. Weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ich will immer so, auch einfach, damit ich keine Rechenschaft irgendjemandem gegenüber hab, dass niemand mal ankommt, ah ja, zum Beispiel, keine Ahnung, du bist nur groß wegen dem, du bist nur dies wegen dem. Äh, ich will einfach dastehen und sagen können, ey, ich hab's, ich hab's, ich hab's alleine hinbekommen. Aber ich weiß auch, ich muss es nicht, es ist nicht so eine Sache, dass ich es unbedingt muss, aber trotzdem irgendwie, ich umgehe schon meistens einfach die Situation, dass ich mir die Hilfe oder, dass ich einfach auf andere zurückkomme dafür, weil ich niemanden erstens, ich will niemanden zulast werden und dann will ich eben für mich selber dann noch sagen, ah ja, okay, ich hab's auch alleine gepackt, also, ja. Du kennst dich ja mit Formel 1, nehm ich an, ein bisschen aus. Mhm. Okay, dann ist jetzt eine ganz super simple Frage, weil die beiden Menschen kenn ich. Denkst du, Lewis Hamilton oder Max Verstappen haben in ihrem Leben alles alleine gemacht? Und machen das heute noch alleine? Nee, gar nichts. Ich mein, die haben ja gefühlt einen Babysitter 24-7 für egal was, ob das Fitness ist, ob das Ernährung, sonst wie. Die haben ja eigentlich immer irgendwie einen professionellen Coach, der denen sagt, du hast jetzt das zu tun, um die Uhrzeit gehst du schlafen, jetzt nimmst du das Supplement ein, dann hast du ein Meeting dort, äh, jetzt musst du dort sein, in ein paar Minuten hast du ne, ne Media Coverage mit Sky Sports, dann will RTL was von dir. So, jetzt, also, damit die Liste nicht, äh, 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 loslangen wird. Ja. Meinst du, dir interessiert das, wie die Welt sie sieht? Ob sie das alleine gemacht haben oder nicht? Nein. Also, warum interessiert dich das? Keine Ahnung. Das ist ja immer die beste Antwort, ne? Keine Ahnung. Da merkt man schon wieder, wie dumm das einfach ist. Das, ne, echt, es ist nicht dumm, es, also dumm ist nicht, wenn man sagt, ich hab keine Ahnung, das bedeutet einfach nur, dass man sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat und das für sich selber rausgefunden hat. Ja. Das ist doch nicht schlimm. Du bist 26, was erwartest du denn jetzt gerade? Dass du das Wissen und die Weisheit von einem 40, 50-Jährigen? Das Problem ist, also wirklich, eins meiner großen Probleme ist, ich vergleiche mich zu sehr mit anderen. Wirklich. Immer. Es, schon eine E-Sports-Karriere, wenn ich mit Teamkollegen in der Session war. Deswegen hab ich gerne für mich alleine trainiert. Weil sobald jemand anderes da war, war ich eher darauf fokussiert, welche Rundenzeiten fahren die als ich selber. Was guckst du eigentlich die ganze Zeit an nebenbei? Das da? Ja. Bin ich das, dass du mich siehst? Da bist du, weil hier, ach so, ja, okay. Ich denk mir, ich hab, ja, ja, ich dachte mir, manchmal mach ich so aus Reflex, ah ja, jetzt will ich ihm grad in die Augen gucken. Ja, ja, alles gut, alles gut. Für die Leute, die grad zuschauen, ich hab nämlich hier, so Gaming-PC und da hab ich meinen Stream-Laptop. So, wo ich halt aufnehme und streame und so. Und ich hab keine Ahnung, wie ich, weil das Mikro ist eingesteckt in den Streaming-Laptop. Ja. Und im Gaming-PC ist es ja nicht. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie ich dein Bild auf Gaming-PC holen sollte. Aber egal. Deswegen, ja. Manchmal guck ich runter. Aber deswegen guck ich auch hier irgendwo ins Nirgendwo. Ich hab hier keine Ahnung. Mein Bildschirm-Hintergrund, ich hab hier meine Fundatech-Software-Hintergrund. Da guck ich jetzt schon seit über einer Stunde hin. Ja, wir sind auch wirklich an dem Punkt, Marcel, wo wir, äh, wo wir uns, wo wir was machen? Wo wir Nil schlagen werden. Wir sind drüber hinaus, ja. Echt? Ja, wenn wir jetzt zum Ende kommen, äh, sind wir drüber hinaus, ja. Aber ich würde, ganz ehrlich, ich würde mich, äh, tatsächlich noch ein zweites Mal unterhalten. Weil ich hör mir das gerne an. Cool. Ja, also wenn, wenn auch die Community da Bock drauf hat, wobei jetzt sagst du wieder, nicht immer an die anderen denken, jetzt kommt schon wieder das. Ja, ja, okay, wir reden noch ein zweites Mal, alles gut. Ich hab auch Bock. Wir können ja vielleicht in einem Monat oder zwei oder drei, je nachdem, wenn du das alles mal sacken lassen hast. Vor allen Dingen, das ist jetzt übrigens kein Short-Format, das kannst du dir immer wieder anhören, das ist bei YouTube. Ja, das ist cool. Ja. Das ist kein Short. Das ist cool. Ähm, kennst du das Minispiel, was wir haben in diesem, äh, Podcast? Nein, tatsächlich nicht. So weit, aber ich bin Short-Form-Konsument. Ich hab's halt nichts. Okay, also, bei uns ist es so, dass der, äh, Mensch, der eingeladen wurde, ne Zahl sagt, die an Kommentaren erreicht werden müssen. Oder sollten. Oder, was er sich wünscht. So. Oh mein Gott. Und wir haben das jetzt mal eingeteilt in die richtige, krasse Kategorie. Da ist dann so Mabix drin, Noah, Nils, Niklas, so die Content-Creator-Ecke so. Ähm, und das wird dann nochmal so ein bisschen unterteilt. Also, aktuell ist Mabix mit 300, über 333 Kommentare, der Führende. Ja, würde ich dich jetzt aber mal nicht reinpacken in die Kategorie. Oder sagst du, da geh ich rein, da will ich auch rein, weil der müsstest sich jetzt auch mit der 444 von Dave Gaming auseinandersetzen, weil der ist der Führende aktuell. Also, zumindest er strebt es an. Wie viele Kommentare würdest du dir denn wünschen unter dem Video? 248. 248? Ja. Damit würdest du... Grund dafür? Ja. Weil, das ist, die 248, die verfolgt mich immer. In meinem ganzen Leben. Ich seh diese Zahl überall. Ich hab am 24.8. Geburtstag. Ja. Und ich hab auch mal gesehen, dass es eine Engelszahl ist, deswegen 248 eben immer verdoppelt. Und ich seh diese Zahl wirklich egal wo. Die verfolgt mich einfach überall. Deswegen, das wär eine coole Zahl als Kommentaranzahl, ja. Das würd ich feiern. Du hast jetzt übrigens, also ich werde jetzt hier ganz in Ruhe das abschließen und du hast die, du schließt den Podcast ab. Oh mein Gott. Also, du wirst das Ende machen. Ich bereite dich jetzt extra darauf vor, dass du ein bisschen Zeit dafür hast. Du darfst für alles Werbung machen. Alles. Ist alles fein. Du darfst alles anpreisen, was du, was du möchtest. Und, ähm, gibt's noch irgendwas? Nö. Dann würde ich jetzt nämlich beginnen, die Folge hier abzuschließen, weil wir sind tatsächlich eine Stunde 50 dabei. Und das war tatsächlich ein sehr interessantes Gespräch, finde ich, weil wir, also, das ist so witzig, das aus meiner Position mal zu sagen, wir sind zwei unterschiedliche Generationen, die aber irgendwie doch verbunden sind durch ein Hobby. Und dann doch gar nicht so weit auseinander im Gespräch. Letztendlich sind wir doch alle nur Menschen, ne? Das, äh, stimmt, ja. Und ein Großteil von uns besteht aus H2O. Falls man sich darüber mal Gedanken macht. Ich hab jetzt gedacht, du sagst H2O. Nein, H2O, Mann. Also, sag mal. Sorry. Sorry. Also, Freunde der Sonne da draußen, wir sind tatsächlich heute mal ein bisschen, ja, also, wir haben schon ein bisschen über E-Sports geredet, aber sind da doch irgendwie woanders gelandet. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, dieses Gespräch. Ich fand das tatsächlich sehr schön, auch mal, ja, so in den Kopf reinzugucken von, ja, einem jungen Menschen, der uns mit seinen täglichen, wie soll ich sagen, Struggles, äh, mal aufklärt, was da so passiert und was so in seinem Kopf vorgeht und das, äh, ich bin dir sehr dankbar, Marcel, dass du das geteilt hast und dass wir tatsächlich auch die Möglichkeit hatten, dieses Gespräch zu führen. Das hat mich sehr gefreut und ich würde wirklich sehr, sehr gerne noch eine zweite Folge aufnehmen und, ähm, ja, wenn ihr da draußen Fragen haben solltet an Marcel, dann schreibt die doch einfach mal unten rein, weil dann nimmt man die halt einfach auch fürs nächste Mal mit und dann mach bitte die 2, 4, 8 voll. Ich bin sehr gespannt, damit würde nämlich Marcel aufs Podium gehen, hinter Mavix. Das wäre sehr cool. Das würde mich echt freuen. Dann danke ich dir, Marcel, für deine Zeit, wünsche dir sehr viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und ich bin gespannt, was sich da alles entwickeln wird für dich. Ich sag tschau und, äh, du machst jetzt tschüss, Ikovski, die Bude zu. Okay, cool. Danke dir, Nils. So, und, äh, Leute, also mich hat's auch mega gefreut, hier zu sein und ich hoffe, euch hat das nicht gelangweilt oder sonst wie. Ich fand das jetzt echt mal cool, einfach so Freestyle über egal was zu labern. Ich hab echt gedacht, es geht eher um Simracing, aber letztendlich kam dann das hierbei raus und ich bin aber auch froh, dass es genauso gekommen ist. Also, vielen Dank nochmal an Nils, an euch da draußen und, ähm, ja, wenn ihr Lust habt, euch mal mein Zeug so reinzuziehen, könnt ihr gerne mal auf Social Media vorbeischauen, Marcel Kiefer, egal wo. Ansonsten will ich gar nicht zu viel noch quatschen und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Haut da rein, euer Marcel und Nils. Peace. Outro